Herzlich Willkommen, mein Name ist Werner Isinger, ich bin Präsident der Digital Society. Die Digital Society ist ein Verein, der sich beschäftigt mit der Thematik der Digitalisierung und der Gesellschaft. Also uns geht es darum, wie wir die digitale Transformation für alle Teilnehmer an der Gesellschaft möglichst positiv nutzbar machen können und als Verein finanzieren wir uns aus Mitgliedsbeiträgen und wir machen regelmäßige Veranstaltungen, wir haben Arbeitsgruppen, wo wir uns beschäftigen mit der Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und unsere Signature-Events sind die sogenannten Digitalks. Die finden einmal im Monat typischerweise statt mit Sommerpause in den beiden Sommermonaten und mit einer kleinen Pause zu Weihnachten. Wenn Sie sozusagen Interesse daran haben, findet man die Veranstaltungen immer unter der Homepage. Unsere heutige Veranstaltung beschäftigt sich mit der Thematik der freien Endgeräte-Wahl und wir haben daher heute Expertinnen und Experten, eigentlich sind es nur Experten, eingeladen und wir wollen sozusagen über dieses Thema diskutieren und ich freue mich auch darüber, dass wir eine Moderatorin gewinnen konnten, dass es nicht sozusagen eine reine Männerveranstaltung ist. Das ist das Frau Barbara Steinbrenner von der Presse und sie wird uns durch diese Veranstaltung führen und damit übergebe ich ihr jetzt auch meinen Platz. Ja, hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen auch an die Zuschauerinnen zur Podiumsdiskussion Datenschutz, Komfort, Netzsicherheit kommt die freie Unterwahl. Vielen Dank auch an die Digital Society, die dieses heutige Event ins Leben gerufen hat, damit wir darüber auch diskutieren können. Ganz herzlich auch ein Hallo ans Podium. Bevor wir starten und bevor ich mit der Vorstellung beginne, eine für Österreich sehr entscheidende Frage. Mit Titel die Ansprache oder verzichten wir darauf? Das oblasse ich Ihnen. Gut, ich nehme das als, ich beschränke mich auf die Namen. Wunderbar. Meine heutigen Gesprächspartner sind Herr Roland Giersig. Er ist Vizepräsident für Recht für die Digital Society und auch Sicherheit- und Datenschutzexperte. Ebenfalls am Podium begrüßen wir Harald Kapper. Er ist Geschäftsführerin der Gesellschaft der Kapper Network Communications GmbH, sowie seit 2016 Präsident der ISPA, der Internet Service Providers Austria. Dann haben wir Herrn Stock, Chief Technical Officer bei A1 Telekom Austria. Auch er blickt bereits auf eine lange Zeit in der Telekommunikationsbranche zurück und ist seit 2019 CTO bei A1. Herr Gerd Tiedemann bekleidet zwei Positionen. Einerseits im Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller. Wir sehen, das sind teilweise sehr lange Namen, im VKTE und er ist Leiter Produktmanagement bei AVM und das seit mittlerweile fast über 15 Jahren. Zu guter Letzt haben wir den Herrn Klaus Steinmauer. Schönen guten Tag auch an Sie. Er ist seit Juli 2019 Geschäftsführer des Fachbereichs Telekommunikation und Post der österreichischen Regulierungsbehörde RTR. Wie Sie sehen, eine sehr illustre Expertenrunde mit teils erwartbaren, unterschiedlichen Positionen bezüglich Router und wer die Ruhe über die Entscheidung des Endgeräts haben darf und soll. Und bevor wir gleich richtig einsteigen und ich ans Podium übergebe, grundsätzlich noch einmal, was verstehen wir unter Routerzwang, unter Routerfreiheit? Wir kennen die Situation, wenn wir einen Vertrag abschließen über eine Internetleitung, da reden wir vom Festnetz-Internet, sind wir es gewohnt, zum Vertrag auch ein Flapsig gesagt, Kastl in die Hand zurückzubekommen. Ja, jetzt gibt es aber seit sechs Jahren eine Verordnung der EU, die diese Hoheit nicht mehr ganz bei den Providern sieht, sondern die Entscheidungshoheit bei den Kunden. Ganz angekommen ist das aber noch nicht. Und daher auch die Frage, woran liegt es, dass wir in Österreich unser Endgerät normalerweise vom Netzbetreiber bekommen und es uns nicht selbst aussuchen können. Vielleicht mal generell in die Runde, gibt es da schon gleich die erste Wortmeldung oder soll ich direkt jemanden dafür ansprechen? Herr Steinmauer, Sie lachen schon so. Darf ich Sie gleich bitten, einmal als Erste? Bin ich gleich der Erste? Nein, wie gesagt, nur ganz kurz. Wie gesagt, grundsätzlich ist es ja zulässig, aber ich habe die Konsumenten, sind es in Österreich sehr gewohnt, dass sie immer vom Betreiber alles bekommen. Das Gerät, mit dem das Ganze dann, was man da im Vertrag bestellt hat, funktioniert. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache. Ich glaube auch, wir gehen jetzt vom durchschnittlichen Konsumenten auf. Ich glaube auch, um dessen Rechte, über die sollte man heute diskutieren und nicht über die des Spezialisten, der sozusagen jedes Detail in jedem Router kennt, sondern ich glaube, wenn man über die Fragestellung, die im Text ist, sollte man über den durchschnittlichen Konsumenten gehen. Und wie gesagt, der ist es gewohnt, dass er alles von seinem Betreiber kriegt, mit dem er einen Vertrag gekriegt hat. Das ist im Mobilfunk ja auch so gewesen. Dort gibt es zwar jetzt schon viele freie Endgeräte, aber wie gesagt, viele wissen, sie kaufen mir doch den Vertrag und bekommen ein Handy und dann mache ich eine Vertragsverlegung und kriege ein neues Handy. Es ist gewisse Ähnlichkeit auch in dem Bereich gegeben. Insofern, an dem wird es auch liegen, dass es noch nicht so durchgedrungen ist. Aber im Grunde kann sich jeder auch seinen Router kaufen, wo er gekriegt hat. Vielleicht dann hat er eine Diskussion mit seinem Betreiber, wann gewisse Dinge nicht so funktionieren oder schon funktionieren sollten. Das ist die Frage. Aber ich habe das einfach nur jetzt einmal wertfrei so in den Raum gestellt und lasse das dann schon in die Diskussion übergehen. Ich möchte vielleicht gleich die Stelle der Endkunden und Kundinnen einnehmen. Es gibt durchaus verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Einerseits haben wir in Österreich DSL über die Telefonleitung. Andererseits ist zumindest in den Großstädten auch durchaus weit verbreitet, über Kabelfernsehen, das zu machen und zunehmend natürlich über Mobilfunk. Und das sollten so ungefähr die drei gängigsten Sachen sein. Es gibt natürlich auch noch, da kann sich ja der Harald Kapper noch etwas dazu sagen, es gibt natürlich dann auch noch die Möglichkeit, Fiber to the Home zu machen. Was aber auch noch, sagen wir, eher wahrscheinlich reduziert ist, beziehungsweise eher im Business-Bereich zu finden ist. Aber bei den Endkunden ist es tatsächlich so, dass man entweder sich direkt an die Telefonleitung anstöpselt. Da ist die Routerfreiheit tatsächlich wahrscheinlich gegeben, weil da kann ich mir im Internet zum Beispiel eine Fritzbox kaufen, um jetzt einmal da einen Markennamen hineinzuwerfen und die dort anschließen und das funktioniert. Beim Kabelfernsehen brauche ich eine bestimmte Box, die auch entsprechend konfiguriert sein muss, weil die sich natürlich keine Frequenzen stören dürfen im selben Haus. Das heißt, da ist es schon technisch ein bisschen schwieriger. Da würde man sicher irgendwo auch eine entsprechende Box finden, aber man müsste sich auf jeden Fall mit dem Kabelbetreiber insofern kurz schließen, als das richtig konfiguriert werden muss. Und beim Mobilfunk ist es hingegen so, dass wir da, sagen wir so, die Routerfreiheit teilweise schon auch von den Providern einfach aufgedrückt bekommen. Also früher war es tatsächlich so, dass man da noch ein Modem vielleicht wie ein Handy dazu bekommen hat. Aber mittlerweile, wenn ich das bei den Billiganbietern mache, dann bekomme ich da kein Modem dazu, sondern muss mir dann selber eins kaufen und dort die SIM-Karte einlegen. Also das funktioniert. Also da, je nach Technologie, haben wir da, glaube ich, sehr, sozusagen die ganze Bandbreite abgedeckt. Aber der Harald Kapper wollte da sicher noch irgendwo was dazu sagen. Genau. Bitte gern. Also ich glaube, vor allem bei den Zugangstechniken darf man auch die WLAN-Provider, also die Fixed-Wallels-Access-Provider, nicht ganz vergessen. Es gibt da noch sehr viele WLAN-Wolken in ganz Österreich, ob das jetzt 5,8 GHz, die wir leider nicht verwenden dürfen. Aber die Deutschen kennen das. Aber im klassischen Bereich sind es 5 GHz-Strecken, 2,4 GHz-Strecken und natürlich nur Frequenzen, die man auch noch quasi kaufen, Schrägstrich mieten oder zumindest Anzeigen in der Nutzung muss. Und gerade einmal diesen Bereich würde ich fast aus der Diskussion ausnehmen, weil kein Funkstrecken-Provider kann dir sagen, ja, nimm irgendein Gerät. Das wird dann schon gehen, sondern das muss eben in seinen Frequenzplan richtig eingestellt sein. Das muss zu seinen Antennen ausgerichtet werden. Das ist durchaus noch nicht trivial im Funknetz zu betreiben. Und beim DSL gebe ich dir völlig recht. Da ist es technisch kein großes Geheimnis. Dennoch, aber da nehme ich an, dass der Kollege von A1 dann auch noch ausführen wird, du hast halt sehr viele Themen mit, sind die Treiber die richtigen, sind alle Features unterstützt, die man braucht, von Vectoring in der Minimalanforderung bis zu FTPS, bis zu Super Vectoring etc. Und dann habe ich als Provider-Sicht halt sehr, sehr häufig das Thema, Kunde hat sich ein Gerät X gekauft. Sagen wir mal so, es war meistens sehr günstig. Und dann die nächsten vier Stunden sitzt du an der Support-Hockline und konfigurierst mit ihm gemeinsam sein Gerät, das er ja unbedingt haben wollte, um dann vielleicht zu festzustellen, geht er nicht, weil kann XY nicht. Und da ziehe ich jetzt aber von der Provider-Seite den wesentlichen Druck, dass die sehr viele gerade im Massengeschäft sagen, wir müssen das standardisieren, wir können nicht jeden einzelnen Fall vom Kunden zu einem Großprojekt machen mit 10, 15 Stunden Support-Hoffwand dahinter, wenn es eigentlich nur darum geht, dass der Internetanschluss funktioniert. Dann haben wir ja noch vor allem die TSMVO, die ja eh klar sagt, der Kunde kann es sich aussuchen, aber zumindest ist das die Provider-Sicht, die ich in Österreich kenne, auch er kann mir damit aber nicht am Nerv gehen. Also wenn er es sich aussucht, dann muss er mit dem, was das Ding kann, leben. Aber er kann nicht sagen, unverantwortlich ist der Provider für die Firmware-Updates, für die Sicherheitsfeatures, für die Bug-Fixes, für eventuelle Erweiterungen dahinter. Und dort sehe ich halt den wesentlichen Drive auf der Provider-Seite zu sagen, bitte nehmen wir doch das, was wir getestet haben, was wir im Labor überprüft haben und was auch wirklich funktioniert. Und jetzt nehme ich die ganze Stage und einmal da auf zwischendurch. Wunderbar, dazu würde ich dann gerne den Herrn Stock auch befragen und dann den Herrn Tiedemann, der dazu sicherlich auch ein paar Worte sagen kann. Sehr gerne. Nein, also ich würde vielleicht auch, so wie die Kollegen da vorhin, eher mit einer neutralen Sicht der Dinge beginnen, ohne jetzt irgendwelche Präferenzen da schon reinzulegen. Natürlich gibt es wie bei vielen Dingen Vor- und Nachteile für eine Vorgabe oder eine Nicht-Vorgabe der Geräte. Aus meiner Sicht, und das haben jetzt fast alle angesprochen, ich muss sehr stark unterscheiden, wie versiert der Benutzer ist. Wenn ich jetzt auf den Standard-Benutzer gehe mit den Standard-Kenntnissen, dann gehe ich einmal davon aus, dass er kann das Gerät vielleicht aus der Box nehmen und anstecken, aber über weitere Dinge, also sobald er etwas konfigurieren muss oder irgendwelche Abhängigkeiten habe, ist das relativ schwer. Wir haben jetzt speziell auch in den Corona-Zeiten gesehen, wo die Anschlüsse und die Upgrades vor allem auf der Speed-Seite sehr stark angestiegen sind, dass die Erwartungshaltung der Kunden sich auch stark verändert hat. Was hat sich verändert? WLAN zum Beispiel ist ein sehr, sehr großes Problem oder rührt oftmals zu den Problemen im Haushalt zurück. Kunden sind sich nicht bewusst, also der Cube wurde vorher angesprochen, Kunden sind sich beim Cube bewusst, dass er sich zum Mobilnetz verbindet. Das heißt, die wissen auch, dass wenn der Cube nicht ausreichend Bandbreite hergibt, dass man ihn einmal woanders hinstellt, dass man ihn näher zum Fenster stellt. Das ist mittlerweile fast selbsterklärend. Bei einem ADSL-Modem oder irgendeiner anderen Technologie, es ist ganz egal, ob das das Kabel-Modem ist, das ADSL-Modell oder Fiber-Abschlusspunkt, die haben oftmals den Nachteil, dass das Kabel im Keller ins Haus kommt oder irgendwo im Eingangsbereich in die Wohnung kommt. Und dort steht dann das Ding auch und soll aber die ganze Wohnung mit WLAN versorgen. Und wir sehen jetzt bei uns zum Beispiel bei jedem zweiten Einsatz, wo der Fieldfast-Techniker zum Kunden fährt, ist der Standard des Modems eines der Problemfälle. Das heißt, es liegt gar nicht an dem Speed, den der Kunde nicht in den Haushalt bekommt, sondern die Schwachstelle ist dann auf der WLAN-Schnittstelle vom CPE zum Endgerät. Und das einfach nur als einleitendes Beispiel. Das heißt, für mich ist der Vorteil, den es bietet, wenn wir zu Standard-Endgeräten greifen, die der Betreiber zur Verfügung stellt, dass sie der Betreiber auch warten kann. Wir haben auch gehört von Herrn Kapper, dass Sicherheit da zum Beispiel eine Rolle spielt. Also ich glaube nicht, dass der Durchschnittsverbraucher Fernweh-Upgrades macht, eine Firewall konfiguriert, das WLAN mit ausreichend Passwortschutz versieht, damit der Passant, der am Haus vorbeigeht, nicht in die Wolke rein kann. Und das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht dafür sprechen. Jetzt vielleicht objektiv gesehen, was spricht dagegen? Aus meiner Betreiber-Sicht wiederum, wäre ich gar nicht so undankbar, wenn sich die Kunden ihr Endgerät selber kaufen würden. Wenn ich mir das anschaue, ich habe zuerst gerade, während wir die Kollegen gehört haben, in unsere Statistik geschaut, wir liefern im Schnitt im Montag 30.000, im Monat 30.000 Modems aus. In der Technologievielfalt, wenn man sich jetzt vorstellt, das Modem kostet je nach Qualität zwischen 30 und 70 Euro mal 30.000 im Monat. Also ich wäre gar nicht so unglücklich dafür, wenn der Kunde dafür zahlen würde. Wenn ich aber, und das hat auch der Herr Steinmauer einleitend gesagt, ich glaube einfach, dass der Kunde das erwartet mittlerweile. Also ich wäre überrascht, wenn der Kunde bei uns in den Shop kommt, einen Anschluss bestellt und nicht erwarten würde, von uns die Ausrüstung zu bekommen, dass er das barrierefrei dann verwenden kann. Also man sieht, es ist einiges spricht dafür, einiges spricht dagegen. Aber ich glaube, als letztes Statement noch, dass die Zeit dafür uns spielt. Wir sind jetzt momentan noch mit verschiedensten Technologien und innerhalb der Technologie noch mit verschiedensten Ausprägungen vertreten. Aber ich glaube, dass wir alle in Richtung Fiverr to the Home hoffentlich zumindest arbeiten und dass es doch irgendwann einmal in der Zukunft auch einfacher werden sollte. Und das wird uns dann sicher wieder mehr Flexibilität bringen. Eine kurze Nachfrage, bevor ich den Herrn Siedemann zu Wort kommen lasse. Herr Staub, Sie haben jetzt gesagt, pro Monat 30.000, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, plus minus. Ich gehe davon aus, dass das nicht 30.000 Neuanschlüsse pro Monat sind. Da reden wir dann auch davon, dass Geräte ausgetauscht werden müssen. Ja, natürlich. Korrekt, ja. Wir haben doch eine siebenstellige Kundenanzahl am Netz. Das ist inkludiert, das sind 30.000 inkludiert in Lifecycle. Ein Gerät hält, je nach Qualität, hoffentlich in unserem Fall mindestens vier Jahre. Das ist der eine Teil. Und das, was wir jetzt eben sehr stark erkannt haben in Corona-Zeiten, wir haben jetzt gerade einen Modem, oder wir durchlaufen gerade einen Modemwechsel. Wir haben bis dato ein Modem von, ich möchte den Hersteller jetzt nicht sagen aus Werbungsgründen, aber wir wechseln den Hersteller, weil wir einfach bemerkt haben, dass die WLAN-Qualität, die das Modem zur Verfügung stellt, eine maßgebliche Rolle spielt. Und wir haben uns jetzt einfach ein Endgerät gesucht, das auch in der Basisvariante eine wesentliche Verbesserung in der WLAN-Coverage, also das heißt, in der Netzbreite, in der Wohnung, aber auch im Durchsatz zulässt. Herr Tiedemann, ich würde Sie auch bitten und ein bisschen noch aufgegriffen dazu. es ist ja wohl auch ein bisschen aus der Praxis gegriffen, aber werden ein wenig die Kunden auch in ihren Fähigkeiten ein bisschen unterschätzt? Ja, also ich sage mal ganz allgemein, man sollte Menschen grundsätzlich nie unterschätzen und es ist sicher schwer, sozusagen genau den Durchschnittsanwender für Breitband zu finden. Ich meine, eine Gesellschaft ist so unterschiedlich in ihren Persönlichkeiten und so unterschiedlich sind halt auch die Bedürfnisse und so unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse in der Anwendung von diesen schnellen neuen Anschlüssen für Breitband. Da gibt es vielleicht, ich sage mal, den ganz, ganz durchschnittlichen Anwender oder Anwenderin, wie gerade skizziert, aber da gibt es ja auch Firmenkunden, die zum Beispiel spezielle Anforderungen an Sicherheit, an Datenschutz, an Zuverlässigkeit der Produkte stellen. Da gibt es aber auch Anwendungen, ich sage mal, im Alarmierungsbereich, wenn Sie in einem Aufzug stecken bleiben, dann wollen Sie natürlich einen Notruf absetzen können und auch da gibt es einige Unternehmen, die in diesem Bereich sehr, sehr aktiv sind und auch ein hohes Interesse haben, eben einen Anschlussrecht an die öffentlichen Netze zu bekommen. Aber ich komme jetzt gern wieder zurück auf das hier skizzierte, ich sage mal, eher vom typischen Konsumenten her gedachte Verhalten. Und ich, vielleicht eine Sache, ich bin nicht nur für diesen Verbund von 26 Herstellern jetzt hier dabei, ich habe persönlich halt auch einen Hintergrund von der Firma AVM. Wir sind der Hersteller dieser Fritzbox, wo der Name heute schon einmal gefallen ist und wir verfügen halt über zum einen sehr lange Erfahrung im Herstellen dieser Geräte. Wir haben eine sehr enge Beziehung zu den, pardon, echten Endanwendern und wir haben und wir haben natürlich auch viele Beziehungen zu Internet-Service-Providern und einer ist hier ja auch mit in dem Plenum dabei. Das heißt, wir als Hersteller sehen ja durchaus beide Bedürfnisse und Bedarfe. Auf der einen Seite soll der Netzbetreiber hat natürlich das hohe Interesse, dass die Dienste, die über das Telekommunikationsnetz angeboten werden, dass die möglichst zuverlässig auch beim Endanwender abgenommen werden. Ja und der Endanwender, der hat aber halt vielleicht auch ein Bedürfnis nach einer gewissen Wahlfreiheit. Also klarerweise und keiner hier von uns, von unserem Verbund sagt, wir wollen das abschaffen, dass ein Provider nicht mehr dem Endanwender das Kastal schicken darf. Das soll er weiter das Kastal schicken, aber es gibt eben auch Anwendungen, wo Leute sagen, okay, ich bin mit dem WLAN zum Beispiel nicht zufrieden, aber ich weiß es im Laden oder ein Freund oder ein Kollege hat mir was empfohlen, da ist das WLAN viel, viel besser und dann soll eine Wahlfreiheit bestehen, dass man eben das Kastal ersetzt durch ein anderes Kastal, was dem eigenen Bedarf besser entspricht. Uns geht es nicht um eine Revolution, sondern eigentlich nur um ein, ich sage mal, Wiederherstellen, was eigentlich früher mal ganz normal war. Erinnern Sie sich mal an die Zeit, wo die österreichische Post aufgegeben hat, Ihnen verpflichtend ein Telefon zu vermieten, sondern Sie hatten irgendwann plötzlich, die Älteren hier, die wissen es noch, die Möglichkeit, einfach in den Laden zu gehen, haben sich das ausgesucht und zwar eins mit Tasten und eins mit Display und eins mit Telefonbuch und also irre Sachen gab es damals plötzlich. Dann gab es plötzlich ein Faxgerät, dann gab es einen Anrufbeantworter, dann gab es einen Faxmodem-Drucker. Es gab jede Menge an Innovationen und diese Innovationen kamen eben aus dem Wettbewerb heraus und das ist das, wofür unsere Hersteller, die wir da alle im Verbund sind, wir sagen, wir brauchen auf der Endgeräteseite beim Kunden den Wettbewerb und die Wahlfreiheit beim Kunden, die dann den Wettbewerb erst ermöglichen, damit wir immer besser werden, damit der Kunde eine höhere Zufriedenheit letztlich auch mit dem Netz haben kann, weil er sich etwas genauer nach seinem Bedarf eben das Kastel aussuchen kann und jetzt kann ich Ihnen nur sagen, wir haben halt verschiedene Märkte in Europa, wo da mehr Freiheit besteht, also in Italien, in Deutschland, außerhalb von Europa, also in vielerlei Hinsicht vorbildlich sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist das, was hier gerade so ein bisschen skeptisch diskutiert wird, gang und gäbe und ich kann Ihnen noch sagen, zum Beispiel jetzt in Deutschland werden jedes Jahr über dem freien Handel, ich sage mal, nur für DSL und nur für Kabel, also für die Koaxialanschlüsse, gehen, ich sage mal so über den Daumen gepeilt, anderthalb Millionen Geräte sozusagen über den Ladentisch, die werden einfach so gekauft, zusätzlich zu den Geräten, die über den Provider noch an den Kunden gegeben werden und diese Zahl ist wirklich hoch, auch für deutsche Verhältnisse und sagt, da ist ein Bedarf. Also das ist jetzt einfach notwendig, sonst wird der Kunde da nicht in die Tasche greifen. Ja, vielleicht lassen wir es erst mal dazu stehen, bevor ich jetzt Sie alle zu Tode rede und gehe mit die Staffel weiter. Aber darf ich ganz kurz noch was dazu fragen? Ja, wie gesagt, ich sage, wir haben jetzt erst gesagt vom Durchschnittskunden, ich gehe jetzt einmal von mir aus, ich bin technisch durchaus nicht durchaus affin in manchen Themen, aber ich hatte ja die gleichen Probleme, musste feststellen, ich hatte von der Telekom Austria, ich nenne es jetzt ja beim Namen, vor neun Jahren meine WLAN-Router bekommen und dann kam Corona. Irgendwie aufgrund der Menge hat jeder gesagt, sozusagen, der Router war vielleicht nicht mehr das Letzte vom Ding und ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, die war schlechte Verbindung. Da habe ich mir gedacht, ich schaffe mir jetzt einen neuen Router an und habe mir, Herr Dr. Dinamann, Sie werden sich freuen von der Firma, von der Sie aus sind, sozusagen einen Router besorgt und den habe ich angeschlossen und ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Probleme in dem sich gehabt. Also wie gesagt, von dem her, die Möglichkeit sich entsprechen, das haben wir dann das ganze Mesh auch noch dazu gehabt, der Stopp, das waren Sie, was Sie entsprechend zuerst ja genannt haben, was dann wichtig ist, dass das in die anderen Räume herkommt. Diese Sache, also wenn ich jetzt so sage, man kann sich natürlich aussuchen, entsprechend welchen Router ich will und den stecke ich dann an. Die Frage, die sich nur stellt und das müsste man eigentlich klären, als Konsument, ich gehe in einem Elektromarkt, kaufe mir den Router, stecke ihn an, wenn ich auf die Vorredner gehe, wo sozusagen ist der Netzabschlusspunkt, ist der jetzt in der Steckdose oder ist er beim Router drinnen? Wenn ich mir den Router selbst kaufe, wenn ich mir den Router selbst kaufe... Ich darf ganz kurz einhaken, genau zu dem Punkt wollte ich nämlich auch hin, dass wir unseren Zuhörern, aber eben auch diese entscheidende Diskussion, weil wie so oft geht es nur um eigentlich ein paar Zentimeter. Ja, aber wer haftet wie weit? Das ist eigentlich die Frage. Wer ist verantwortlich, dass der Router funktioniert? Es gibt ja eben zwei Zugänge zu diesem Netzabschlusspunkt. Es gibt die eine Seite, die eben sagt, der Netzabschlusspunkt, also wo hört das öffentliche Netz auf? Hört das öffentliche Netz bei der Dose auf oder hört es beim Router auf? Und jetzt, Herr Steinmauer, dürfen wir es gerne weiter. Aber ich finde, das muss man vorher schon einmal kurz erklärt haben, wo sich es eigentlich speilt, weil das ist, was die aktuelle EU-Verordnung nicht ganz klar definiert, was aber dem neuen Telekommunikationsgesetz, das schon im Sommer behandelt werden könnte, bei uns neu die Karten mischen könnte und eigentlich die Verantwortung genau zur RTR spielen könnte. Also jetzt sagen wir mal ein, das Gesetz und alle diese Dinge, bis jetzt hier das ins Laufen, und reden wir über die mögliche Verordnung, im nächsten Jahr. Also das ist einmal vorausgeschickt. Also zuerst muss noch Parlament und alles Mögliche passieren. Also das ist einmal die Sache. Aber wie gesagt, jetzt nochmal zu dem, dieser Netzabschlusspunkt, der hat sich zuerst gerade gesagt, eigentlich würde es ihm gar nichts ausmachen, wenn sich die Leute die Sachen selbst kaufen, weil doch entsprechende Kostenfaktoren auch dahinter ist. Andere Vorredner haben gesagt, naja, es ist aber schon so, wenn ich als Betreiber hier sozusagen die Hoheit über diesen Router habe, dann mache ich dort die Updates und dann kümmere ich mich sozusagen entsprechend. Darüber hat der Kunde auch die Sicherheit, dass das Gerät, was bei ihm steht, entsprechend funktioniert. Dann ist es aber sozusagen, dann ist der Netzabschlusspunkt eben bei diesem Router. Das widerspricht wieder der Tatsache, also den Angaben, dass es sein könnte, also wie gesagt, eigentlich sollte der Netzabschlusspunkt sein bei der Dose und alles, was hinten nachher ansteckt, sollte sich der Kunde aussuchen können. Was ich sagen kann, auch nach der jetzigen Rechtsprechung und nach der DSM-Verordnung, das kann der Kunde in Österreich heute eigentlich auch schon. Ich habe gesagt, es gibt spezielle Sachen, wo es schwierig ist. Der Vorredner hat sich gesagt, Herr Griesing, betreffend ein Kabel, kann es gewisse Schwierigkeiten geben. Da habe ich gesagt, welche technischen Schwierigkeiten mit Frequenzstörungen und solche Sachen. Aber grundsätzlich ist das auch heute schon möglich. Da bin ich wieder bei der einleitenden Frage. Ich glaube, dass in Österreich sehr, sehr viele Menschen es einfach gewohnt sind, dass sie etwas dazukriegen. Wie gesagt, man müsste vielleicht schauen, okay, wie kann man hier das breiter hinausbringen, aber wie gesagt, eben wenn ich in den A1-Shop oder in den Magenta-Shop oder in den 3-Shop, um hier sozusagen neutral, das zu sagen, gehe und dort mir einen Router, einen Vertrag abschließe, dann erwarte ich, dass ich das Hassel kriege, weil ich will ein Handchen anstecken und muss funktionieren. So wie ich es beim Handy gewohnt bin, eben, ich will ein Handy dazu haben. Und darum sage ich, da haben wir vielleicht sozusagen in der Zugang durch den Konsumenten vielleicht noch die Frage, gesagt, okay, du kannst es ja auch selbst aussuchen und dann könnte man in diesem Bereich auch mehr pushen. Herr Diedemann, da möchte ich noch einleitend noch sagen, es gab ja erst kürzlich auch eine Umfrage, die eben genau eigentlich das Gegenteil widerspiegelt von Ihrer Einschätzung, Herr Steinmauer. Die sagt nämlich, dass 62 Prozent der Österreicher eigentlich schon sehr schätzen würden, wenn sie selber aussuchen dürfen, welches Endgerät da an Ihrer Buchse hängt. Herr Diedemann? Ja, also in der Tat, es wurde diese Studie erhoben. Sie deckt sich auch mit dem, was wir in anderen Ländern in Europa natürlich haben. Und ich sage mal, es ist natürlich offensichtlich, jeder Mensch, der gefragt wird, ob er einen zusätzlichen Freiheitsgrad gerne hätte, der sagt natürlich, natürlich hätte ich den gerne. Und worüber wir hier ja sprechen, also es ist offensichtlich, dass es im Interesse der allgemeinen Bevölkerung ist, dass sie mehr Wahlmöglichkeiten hat, dass sie so wie der Herr Steinmauer das vorschlägt, halt sein Kastteil beim Provider holt. Das mag vielleicht für einen Teil der Kunden von Interesse sein, aber insgesamt ist für einen anderen Teil eben auch von Interesse alternativ dazu, was zu machen. Also niemand will das Kastteil des Providers weghaben, aber man möchte die Option haben, eins dazu zu machen. Und da bin ich, wie soll ich sagen, ich denke gerade RTR verstehe ich ja auch als neutrale Stelle, die ein Stück weit natürlich abwägen muss jetzt an der Stelle zwischen den berechtigten Interessen der Endanwender. Es geht ja letztlich bei den öffentlichen Netzen um den, ich sage mal, den Nutzen, der für die Bevölkerung entsteht. Und das muss man halt abwägen gegen die berechtigten Interessen der Anbieter. Was kann ich denn tatsächlich leisten im Zuge von Management? Herr Steinmauer, wenn Sie es mir vergeben, ich hatte ja dieses uralte Telefon mit Wählscheibe als Bild nur vorher mal genannt. Wenn ich jetzt Ihnen folgen würde, dann würde eigentlich das bedeuten, dass Sie damals auch gesagt hätten, na ja, damit der Kunde, der normale Kunde, der will ja nur telefonieren. Und der will ja auch nur, und damit die österreichische Post das gut, den Service abliefern kann, muss natürlich auch die Hörmuschel und die Sprechmuschel, die müssen genau abgestimmt sein auf das Netz. Und wenn das aus einer Hand kommt, dann, nur dann kann die österreichische Post einen guten Telefondienst abliefern. Und das hat sich ja, Entschuldigung noch, das hat sich halt geändert und das hat sich in den 90er Jahren geändert. Mit der R&TTE-Richtlinie, die Sie sich ja gut erinnern, wurden ja ganz klar die Netze geöffnet, die Anschlussrecht für Endgeräte eingeführt und es gab wirklich große Verbesserungen. Was wir beklagen als Endgerätehersteller ist, dass ganz heimlich, ganz still und ganz leise dieses Recht, das viel breiter schon gelebt worden ist in Europa, peu à peu mit dem Einzug der neuen Netze immer schmaler geworden ist und zum Beispiel im Kabelnetz glaube ich nicht, dass Sie es schaffen werden, dass Sie mal in den Laden gehen, sich ein anderes Kabelmodem kaufen und an Magenta anschließen. Wenn Sie das schaffen, kriegen Sie von mir 100 Euro. Na, da ist ja, ich bitte, das ist wie gesagt, ich bin ein Amtsträger. Ich habe hier schon einige hochgehaltene Hände. Also Sie können gerne antworten, Herr Diedemann, aber ganz kurz. Ja, gerne. Ganz kurz, Herr Steinbrenner. Herr Diedemann, erst mal, ich bin natürlich nicht dagegen, dass die Geräte sozusagen, dass man sich der Innovation so versperren und so weiter, das kann man auch genauso auf den Tisch bringen. Nur die grundsätzliche Möglichkeit besteht, die Frage ist ja dann nur, und die müssen wir klären, sozusagen, bis wohin ist dann der Betreiber verantwortlich für das Gerät? Und das geht's. Also das ist eigentlich meine Frage, wenn ich sage, okay, der Konsument ist mündig und er will sein Gerät wählen, ist er dann auch für das Gerät verantwortlich und muss sich eher um alles kümmern, dass das dazu passt oder hat er andere Erwartungen, dass sozusagen hier alles dann über den Betreiber doch auch wieder gemacht wird. Das ist die einzige Frage, die es mir darum geht abzuwägen, was und welche Modelle soll es geben. Ich glaube, es ist das Modell, das der Betreiber liefert, genauso berechtigt wie das freie Modell und ich sage, ich bin ja selbst einer gewesen, der sich seine Fritzbox in Zoges selbst gekauft hat und angeschlossen hat und ich wurde nicht von der Telekom Austria verklagt oder bestraft. Ja, also das ist nur zum Thema. Liefer Punkt. Herr Gies, darf ich da gleich anschließen und Sie jetzt einmal zu Wort kommen lassen? Sie waren jetzt sehr schuldig. Ja, Dankeschön. Ich möchte eh gleich in diesem Punkt mit dem Terminierungspunkt hineinspringen und mal darauf hinweisen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen eine Begriffsproblematik haben, weil wir reden immer von Routerfreiheit und eigentlich ist es doch mehr eine Modem-Freiheit, um die tatsächlich das Problem machen würde im Unterschied. Also das Modem ist quasi nur der Endterminierungspunkt und der Router ist ja schon eigentlich viel mehr, weil wenn ich mich da eben direkt irgendwo anstecke, dann kann ich da eben nur digitale Daten drüber schicken. Aber in Wirklichkeit will ein Internet, eine Internetkundschaft, ja, also jemand, der einen Internetzugang haben will, will ja in Wirklichkeit ein Service haben. Dem ist vollkommen wurscht, was das Technische dahinter ist. Der will genau seine Endgeräte verbinden können über eine genormte Schnittstelle. Das muss funktionieren und was dann tatsächlich im Hintergrund passiert, ist relativ, ist ihm relativ egal. Das heißt, in Wirklichkeit geht es ja da um eine Normung einer Schnittstelle. Was will der Endkunden, was wollen Endkunden haben? Sie wollen eine, entweder eine Ethernet-Buchse haben oder sie wollen einen WLAN-Zugang, wo sie sich verbinden können und die sozusagen jetzt genau zu wissen, was gehört jetzt da dazu oder was gehört nicht dazu, das ist für die egal. Das heißt, letztlich ist es, wenn ich einen Internetzugang verkaufen will, muss ich eben ein gewisses Service mit diesem Interface zur Verfügung stellen, also entweder eine Internetbuchse und dahinter aber eben auch eine gewisse Funktionalität, dass ich eben eine Internetadresse bekomme, immer eine temporäre für mein internes Netzwerk, genauso im WLAN. Und das ist jetzt aber eigentlich die Router-Funktionalität. Das heißt, was es hier eigentlich aus einer Endkundensicht braucht, ist eine gewisse Dualität. Ich brauche vom Provider eine gewisse mindestechnische Ausstattung, das heißt, halbzutage muss ein WLAN wahrscheinlich drinnen integriert sein, damit ich mich mit meinem Handy einfach verbinden kann. Aber gleichzeitig kann das auch bedeuten, dass ich mir meinen eigenen Router gekaufe und jetzt einfach trotzdem an diese Box anstecke, anstöpsel, wie das eh schon eigentlich die meisten Boxen biete und dann meinen Router quasi als eigentlich als Hauptzugangspunkt verwende. Das heißt, ich habe das zum Beispiel bei meiner Box, die, habe ich meinen eigenen Router angesteckt, habe diese Box auf Transparent geschaltet, das heißt, das ist dann einfach nur ein Switch, der die Netzwerkpakete weiterleitet zu meinem Router und mein Router macht dann zum Beispiel eben das WLAN. Und da hängen dann auch meine ganzen anderen Endgeräte über Kabel dran. Also diese Dualität, das ist eigentlich der Punkt, der, glaube ich, auch in diesen ganzen Regulierungssachen nicht wirklich berücksichtigt wurde, weil sonst hätte man eben einfach gesagt, ja, wir stellen einen Service zur Verfügung, der besteht in einer gewissen genannten Schnittstelle und das wäre aus Endkundensicht wesentlich einfacher gewesen. Also das wäre mein Beitrag dazu. Herr Kappel. Dankeschön. Also beim Roland würde ich sofort dann für eine Mutterfreiheit plädieren, dann haben wir beides in einem. Es ist natürlich schon technisch so, dass wir de facto immer von Modems auf DSL-Schnittstellen oder auf Boxeschnittstellen reden, weil Übertragung halt so stattfindet und nicht universell digital, sofern es kein Glasfaser ist. Ich würde allerdings auch noch beim Herrn Kollegen Thiedemann anhängen. Die Analogie mit dem Telefon reicht ein bisschen zu wenig weit, weil wenn wir jetzt speziell immer von DSL und Boxes sprechen, dann hätte es damals in den 90er Jahren sowas wie 100 verschiedene RFCs zum Thema Telefonschnittstelle gegeben. Das war allerdings in Wahrheit dadurch analoges Signal, relativ einfache Modulation oder von mir sogar ISDN auch sehr simpel standardisiert. Eine relativ einfache Geschichte, da kann man ein Gerät dafür bauen, das funktioniert und das auch interoperabel ist. Wenn wir aber halt, also alleine wenn jetzt zum Beispiel im Elektrogerätegeschäft jemand ein Toxis-Modem kauft und dann zu einem entblüttelten Anschluss eines alternativen Providers kommt und sagt, komisch, da passt der Stecker gar nicht, haben wir schon das erste Thema. Natürlich kann man dem Konsumenten schon zumuten, dass er sich über die Schnittstelle informiert, zumindest von der Form her. Dann sind wir in Österreich, dann stellt er das Modem vielleicht in Deutschland, weil das dort günstiger ist, kommt drauf, Holladerow, deutscher TAE-Stecker, ist aber nicht der österreichische TAE-Stecker. Dann kommen wir drauf, AJ11, AJ12, AJ45, Interfaces auf den Modems, auch von AVM übrigens immer wieder verschieden verbaut. Das hätte es bei einem normalen Telefon in den 90er Jahren nicht gegeben, da gibt es einfach TAE, zwei Drahtraum, fertig die Geschichte. Und insofern, glaube ich, muss man das schon der technischen Neuerung ein bisschen bewertig sein und sagen, wir brauchen einen kooperativen Zugang. Entweder, ich glaube, bei der Ethernet-Schnittstelle treffen sich alle quasi in der Sekunde und sagen, jawohl, können wir machen. Fast jeder Anbieter, also ich kenne ehrlicherweise gar keinen Provider in Österreich, der nicht dem Kunden, der Kundin eine Ethernet-Schnittstelle bereitstellen würde, wenn der, die das so will, weil eigenes Equipment, eigene Feuerwoll etc. dahinter. Auf der anderen Seite, wenn ich halt eine Schnittstelle in irgendeiner Modulationsform habe, dann ist es immer eine Frage, wie spreche ich mit der Gegenstelle? Und alleine zum Beispiel jetzt sind wir aufgrund der TKK-Entscheidungen in Richtung virtuelle Entbündelung als alternative Netzanbieter in Österreich halt de facto gezwungen, mit der Technik da eins zu kooperieren. Sonst gehen unsere DSL-Verbindungen einfach nicht. Wenn die Freunde, der CTO wird das ausführen können, Firmware-Updates durch Österreich ausrollen, dann erfahren wir das vorher. Wir könnten es dann eventuell dem Kunden sagen, wenn wir dann dem Kunden sagen, du musst jetzt ein Endgerät tauschen, schau nicht, dass du es selber gekauft hast, kauf dir doch ein neues, dann habe ich ungefähr die Idee, wie die Antwort lauten wird. Und auf der dritten Ebene sind wir in einem Bereich noch gar nichts vorgedrungen, der heißt Service Levels. Wenn wir etwas höherwertigere Service Levels mit dem Kunden vereinbaren, und sei es nur, du kannst du zumindest am selben Tag noch ein Tauschgerät bei uns holen, dann schaue ich mir an, wie er das mit seinem selbst gekauften Endgerät im Laden ums Eck am Sonntag macht und dann ist die Entscheidung natürlich des Kunden möglich, dass er sagt, ich kaufe es mir selber, aber dann kann ich halt einfach nicht mehr sagen, jawohl, Gerätetausch ist inklusive, notfalls 24 mal 7, geht sie technisch nicht aus. Und da glaube ich, kommt es einfach darauf an, diesen Dialog sowohl in Richtung Netzbetreiber wie auch in Richtung Endkunden zu führen, Verweigerung habe ich bisher noch nirgends gehört, dass es das nicht geben soll. Die Frage würde ich dann auch gerne an Herrn Stopp weitergeben, das mit dem Zusatz eine Möglichkeit, ein Entweder-Oder anzubieten, wir haben es ja im Mobiltum, sehen wir es ja, es gibt SIM-Only-Tarife und natürlich auch die Möglichkeit, ein Handy samt Tarif gestützt zu kaufen, über zwei Jahre gebunden, mit Serviceleistungen und allem drum und dran, oder den SIM-Only-Tarif und wir sehen nach wie vor, dass knapp 50% der Österreicher tatsächlich auch wirklich vertragsgestützte Handys kaufen wollen über den Provider, aber eben die andere Hälfte wohl gerne die Freiheit hat und die Rechnung mit sich selber ausmacht. Wäre das nicht auch ein gangbarer Weg bei den großen Anbietern wie Ihnen zum Beispiel? Ohne jetzt zu sagen, ich vermute oder ich glaube, wir haben jetzt in der Runde sehr viel gehört und was ich gerne tun würde, ist einfach ein paar Fakten in die Runde streuen. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, ob die Zukunft, ob das wirklich der Wille ist, der Kunden, aber ich kann Ihnen zumindest sagen, was die Kunden heute kaufen anhand der Zahlen quasi, die mir vorliegen. Ich möchte ganz vorne anfangen bei dem, was noch der Herr Steinmauer gesagt hat. Ich glaube, und davon bin ich wirklich überzeugt, die Definition der Verantwortung ist essentiell und die Definition der Verantwortung kennt aus meiner Sicht aber leider zwei Dimensionen, nämlich so, wie wir es irgendwo niederschreiben, sei es jetzt im DKG oder in irgendeiner Vereinbarung und so, wie es der Kunde sieht. Weil nur, weil wir sagen, lieber Kunde, ab dem Punkt XY bist du dafür verantwortlich, heißt das noch lange nicht, dass der Kunde das auch so sieht. Das beginnt heute und Sie können sich vorstellen und das ist der erste Fakt, den ich da mitgeben möchte, ist, wir haben circa 250.000 Support-Einsätze im Jahr, wo einer meiner Techniker beim Kunden aufschlägt. Das heißt, ich würde es im Schnitt sagen, dass wir einmal im Jahr oder zu jedem Kunden alle drei bis vier Jahre einmal hinfahren. Und die Problemfälle sind vielseitig. Ich habe Ihnen gesagt, in den letzten zwölf Monaten war es sehr WLAN-lastig, aber das kommt auch manchmal beim Kunden aufs Endgerät, falsche PC-Einstellung, was auch immer. Und Sie können sich, glaube ich, in der Runde sehr gut vorstellen, was der Kunde oder wie uns der Kunde dann ansieht, wenn wir sagen, lieber Kunde, der Fehler lag nicht bei uns. Der Techniker kostet 180 Euro und eigentlich würden wir da jetzt gerne eine Rechnung schicken. Findet der durchschnittliche Kunde nicht so wirklich prickelnd. Das nächste Thema, was wir noch gar nicht durchleuchtet haben, ist, wir gehen ja immer davon aus, dass wenn sich der Kunde ein Endgerät kauft, dass er das über Bahnstecken kann. Ich muss Ihnen aber leider sagen, dass in einer Vielzahl, speziell bei Neuherstellungen, dass dort, wo der Kunde was anstecken möchte, gar kein Kabel oder keine Dose vorhanden ist. Das heißt, was machen wir dann mit dem Kunden? Schickt man ihn irgendwo zum Street-Cabinet und lasst ihn in der Kabel in seine Wohnung legen? Das glaube ich weniger. Und das ist ja bei der Anschlussleistung mit ein Teil davon. Und dann das Dritte, was wir jetzt auch schon einige Male diskutiert haben, die Frage ist denn, was ist denn wirklich der Endpunkt? Ist das, so wie Sie vorhin gesagt haben, eine Ethernet-Stecker? Was ist die Definition? Weil wenn ich jetzt hergehe, gehen wir einen Schritt nach vorne. FTTH. Fiverr to the Home endet mit einer ONT. Die ONT ist ein kleines Kastl, das nichts weiter hergibt als eine Ethernet-Buchse. Ist uns das dann genug oder ist uns das nicht genug? Der nächste Fakt, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, wir bieten unseren Kunden ja nicht nur ein CPE an, sondern verschiedene. Und unser Premium-CPE ist in der Runde auch schon ein paar Mal erwähnt worden. Das bieten wir auch an. Und ich kann Ihnen sagen, momentan ist die Anzahl der Kunden, die das dann wirklich in Betracht zieht, ist geringer als 10%. Und das Letzte, was jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt worden ist, ich kann Ihnen ganz offen sagen, das zieht auch in Ihre Frage, in Wirklichkeit kann man bei uns ja anstecken, was man will. Solange man in der Lage ist, das zu konfigurieren. Also wir haben ja eine andere Provisionierungslogik als unsere Konkurrenz. Das heißt, wenn Sie bei uns die Netzparameter beachten und ein Gerät anstecken, das das unterstützt und Sie geben Ihren Usernamen und ein Passwort ein und der Herr Steinbauer hat es ja gesagt, Sie haben es ja selber ausprobiert und das hat funktioniert, dann geht das ja auch. Das heißt, wir werden es ja gar nicht dagegen. Was aber dann definitiv nicht funktioniert, das ist, wir haben ja, wir stellen unseren Kunden einige Remote-Capabilities zur Verfügung. Das heißt, wir unterstützen den Kunden, den optimalen Standard zu finden, um eben eine WLAN-Coverage herzustellen. Dann das, was wir natürlich auch tun, ist, wir testen die Modems. Das heißt, wir selektieren ja nicht willkürlich irgendein Modem, nur weil es gerade billig ist, sondern wir kümmern uns auch darum, dass mit der besten Technologie, die uns derzeit zur Verfügung steht über Kupfer, auch das beste Service-Level beim Kunden dann auch ankommt. Und da sehen wir durchaus, dass die Geräte im Faktor 3 auseinander gehen. Das heißt, wenn ich ein schlechteres Gerät auf die gleiche Anschlussstelle stecke, dann kann es sein, dass ich bis zu nur einem Drittel des Speeds bekomme. Und das ist jetzt, ich habe am Anfang gesagt, ich möchte keine Präferenz darlegen, aber das, was ich momentan, also was ich jetzt aus meiner Betreibersicht sage, um den Kunden das bestmögliche Service bieten zu können, derzeit auf Kupfer, und ich beziehe mich wirklich auf Kupfer, weil es da Technologieunterschiede gibt, und da gibt es viele Dinge, die ich machen können muss, von Messungen bis hin zum Kundensupport, muss ich dem Kunden zumindest ein Endgerät empfehlen können. Wenn der Kunde dann sagt, das ist mir wurscht, in ihm sein Kaufend schlechter ist, von mir aus, aber dann würde ich mir aus meiner Sicht zumindest erwarten, wenn er dann nicht zurechtkommt, muss es eine Regelung geben, dass er den Supporter noch bezahlt. Weil das muss dann, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise verständlich sein, dass wir dafür natürlich dann nicht mehr gerade stehen können. Und da sind wir wieder bei der Definition der Schnittstelle. So, da kurz nachgefragt, weil uns die 180 Euro kurz einmal ein Fragezeichen ausgelöst haben. Also, wenn das Problem nicht direkt mit der Leitung per se zu tun hatte und irgendwas umgestellt worden ist, dann kann das schon einmal richtig ins Geld gehen. Sehe ich das richtig? Sagen Sie mir das nochmal, wenn... Sie haben jetzt gesagt, von wegen, dann kostet das 180 Euro. In welchen Fällen kostet das dann 180 Euro, wenn der Techniker kommt? Das war eine Hausnummer, aber Sie können davon ausgehen, wenn Sie sich über ganz Österreich bewegen, der Techniker hat eine Anfahrtszeit. Das heißt, wenn der eine halbe Stunde zum Kugeln fährt, sich dort eine Stunde aufhält, wieder eine halbe Stunde zurückfährt, rechnen Sie sich Kosten pro Stunde von einem normalen Techniker aus. Es ist egal, ob das ein Mechaniker ist in Österreich, ein Tischler bei Ihnen zu Hause oder bei uns ein Servicetechniker. Sie zahlen nach Zeit. Okay, gut. Und grundsätzlich noch einmal die Frage ein bisschen erweitert. Wir haben die SIM-Only-Tarife im Mobilfunk mit Handy. Ich nehme mein eigenes Handy und hole mir eigentlich nur die SIM-Karte und zahle da ja an sich auch eine Servicepauschale mit, die ja verpflichtend ist, um eben das Netz an sich, wenn es da Probleme kriegt, wie so den Service zu haben. Oder ich habe halt eben den Tarif samt Handy. Gibt es nicht die Möglichkeit, auch wirklich hier zwei verschiedene Tarife anzubieten? Eben einmal hier mit das Rundum-Sorglos-Paket von deinem Anbieter mit Service, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, wenn es Probleme gibt. Oder ein Hier bist du allein auf dich gestellt. Du kriegst zwar alles bis zur Leitung, bis zur Fuchse und wo auch immer der NAP dann enden wird, aber alles andere geht nur mit den Kunden an. Gibt es, ist diese Möglichkeit irgendwie, steht die im Raum? Wird die gewünscht von beiden Seiten? Ich muss da reinhüpfen, weil Servicepauschale ist durchaus nicht bei allen Anbietern in Österreich automatisch dabei. Also da gibt es welche, die haben das auf ihrem Tableau und sehr, sehr viele, die es auch nicht haben. Nur so zur Klarstellung, also Servicepauschale heißt nicht unbedingt, dass man dafür jetzt was extra kriegt, glaube ich. Aber die Frau Steinbrenner ist eigentlich auf dem besten Weg ins Produktmarketing bei einem Telekom betreiben. Nein, 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 nein. Wie meine, Frau Steinbrenner? Nein, wie gesagt, also ich denke alle, also jetzt nur ein Stock, verzeihen Sie mir, wenn ich das sage, aber aus meiner Folge sicher sind das alles Möglichkeiten, über die man nachdenken kann, glaube ich, oder? Dort, wo das Netz, also wir nennen es Super Self-Install-Ready. Das heißt, ich glaube, dass es legitim ist, wenn der Kunde mit seiner Box heimgehen kann und er findet eine Infrastruktur vor, die mit seinem Modem kompatibel ist und er kann sie anstecken. wenn der Kunde nicht einmal weiß, ob er in seiner zukünftigen Wohnung einen Kupfer, einen Glasfaser oder einen Kabelanschluss von der Magenta vorfindet, was kauft er denn? Wo steckt er denn das an? Wir können ja nicht vom Normalkunden her ausgehen, dass der weiß, dass er mit unserem Kabelmodem an der Telekabelbuchse nicht das Auslangen findet. Und, entschuldigen Sie, Herr Tiedemann, ich verallgemeine einfach die Klasse an Kunden, die keinen technischen Hintergrund haben. Und das sind primär die Kunden, für die wir 250.000 Mal im Jahr rausfahren. Das ist wieder dort, wo ich einleitend eigentlich gesagt habe, wir reden über einen durchschnittlichen Kunden, was kann man dem zumuten. Aber wie gesagt, von dem her, das ist vielleicht auch meine Frage nach Herrn Tiedemann in die Richtung, was ist unterschiedlich jetzt in Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern? Weil das würde mich jetzt nämlich persönlich auch interessieren, in dem Nachdenken, was man vielleicht noch besser machen kann. Weil ich sehe da eigentlich, habe auch wenig Beschwerden zu dem Thema bei uns. Darum interessiert mich das. Ja, also vielleicht folgendes, weil also es ist ja nicht so, dass es nur den Anbieter gibt, also ich sage jetzt mal hier eine A1 und nur den Endkunden, sondern es gibt ja, wenn sich da ein Markt entwickelt, gibt es ja mehr. Da gibt es zum Beispiel den Händler, der berät beim Verkauf. Da gibt es zum Beispiel die Fachzeitschrift und die Online-Portale, die da sind. Da gibt es Verbraucherschutzverbände, die die Produkte vielleicht auch noch mal besonders testen. Da gibt es eine Regulierungsbehörde, die die ganz, ganz schlechten aussortiert. Da haben wir ja ein Funkgeräte und so gibt es ja immer mal wieder, was das, was durch die Marktüberwachung durchfällt. Also es ist ja nicht so, dass es nur jetzt diesen jetzt vergeben Sie es mir, der dumme Kunde gibt und sonst niemanden, sondern wir alle leben in einer Welt, da müssen wir uns informieren, da haben wir Nachrichten, da wird geredet und gerade in Corona haben wir viel darüber geredet, wie geht mein WLAN gut, wie geht es schlecht, was hast du für einen Tipp, was können wir da machen, wie läuft denn dein Kabelanschluss, also bei der DSL gibt es immer Abbrüche, die Videokonferenz, also da wird drüber geredet, genauso wie über die Inzidenzzahlen und über die genau dasselbe Thema. Das heißt, es ist ja nichts, was sozusagen überhaupt nicht in dem, in dem, im Orbit des Kunden ist, sondern der ist ja sehr informiert, wenn er sich dahin entscheidet und sagt, ich möchte mir ein besseres Endgerät kaufen und weiterhin, es geht, ich bin, ich bin wirklich der Allerletzte, der sagt, dass ein Endanwender, wenn der aus einer Hand vom Provider was bekommt, dann sollte er das nehmen, wenn der keinen, sich dafür, gar nicht interessiert, wenn das vollkommen uninteressant ist und er sicher sein will, wenn die Videokonferenz wieder ruckelt, dass er sich an einem Partner wenden kann und er super sicher ist, dass dieser eine Partner das löst. Wunderbar, da habe ich überhaupt kein Problem. Uns geht es halt darum, das ist halt nur ein Teil und aus unserer Sicht gibt es aber eigentlich schon Bedarf einer eher grundsätzlichen Überlegung in Österreich, die eher, sagen wir mal, ein bisschen tiefer noch mal geht und Sie haben es, ich glaube, Herr Stock oder Herr Kapper hat es angesprochen, wir sprechen ja im Moment von so einer, ich sage mal, Übergangsphase, wo wir im Festnetzbereich ältere Technik haben, DSL und Koaxial ist noch ziemlich frisch, aber wir münden ein in eine Welt, die uns dann auf viele Jahrzehnte über die Glasfaser ist und deswegen diskutieren wir halt jetzt an der Stelle mit Ihnen sehr gerne, weil wir ja einmünden wollen in eine zukünftige Welt und da würden wir gerne über diese, ich sage mal, allgemeinen Strukturen sprechen, wie sich Telekommunikation in Österreich oder in Europa gestaltet und jetzt, wenn Sie mir kurz mal nur, damit es geht ja um eine Verständigung der Sichtweisen ein bisschen, unsere Sicht ist halt, es gibt Telekommunikation und da gibt es auf der einen Seite die Dienste und die Anbieter der Dienste und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Endgerätehersteller, das sind die, deren Thema ist, diese Endgeräte möglichst nah an den Bedarfen der Kunden zu machen und beide treffen sich, man trifft sich eben an der Schnittstelle und diese Schnittstelle glücklicherweise ist gerade im Festnetz gut definiert, da gibt es die die internationale Telekommunikationsunion ITU, die macht die weltweit verbindlichen Standards, wie man sich auf dieser Kupferleitung, auf dem Koaxialkabel, aber auch auf der Glasfaser treffen kann und aus meiner Sicht als Hersteller, jetzt kann ich es nur sagen und Sie haben möglicherweise andere Sichten, ist es so, dass letztlich diese Standards teils Jahrzehnte da sind, entsprechend das Thema Interoperabilität, also die Kompatibilität verschiedener Hersteller in der Kommunikation sehr gut ausgereift ist. Sie müssen halt wissen, dass es jetzt ja nicht so ist, dass, ich nehme jetzt mal ein anderes Land, in Niederlande einer ein Headend für ein für ein Koaxial-Netz komplett neu erfindet und baut, sondern er kauft sich das von einem der wenigen Hersteller, die es da weltweit gibt und dann kauft er sich von einem anderen Hersteller eben die entsprechenden Modems und weil die wiederum von noch viel weniger Chipsatz-Herstellern her gebaut worden sind, die alle zusammen im Vorfeld schon Interoperabilität gemacht haben, weil sie auf einer weltweiten Skala miteinander Geschäfte machen wollen, deswegen ist das Risiko, dass man sich gerade auf der untersten Kommunikationsschicht, dass es da ein Problem geben würde, das wäre zumindest in meiner kleinen Erfahrungswelt als AVM nicht das große Problem. Klar muss man da dauerhaft dran arbeiten, ich will nicht ausschließen, dass es auch mal Themen gibt, aber im Wettbewerb mit anderen ist unser AVM-Anspruch, dass wir halt möglichst schnell alle Probleme aus der Welt schaffen und vor allem wollen wir nicht nur so gut sein wie andere Modems, wir wollen besser sein als andere Modems und das Vertrauen haben wir halt da drin und glauben deswegen, dass diese Grundstruktur Netze, Dienste und eben Endgeräte, dass das auch dauerhaft uns in die Glasfaser reinträgt und das Verbindende ist eben der Standard und die Interoperabilität. Darf ich dann gleich auf das Wort an den Herrn Stock und danach gleich an den Herrn Kaffer weiter übergeben? Mikro, bitte. Jetzt aber, Entschuldigung. Ganz kurz gefasst, Herr Tiedemann, wenn wir die Technologien trennen, reden wir über Fiber, stimme ich 100% mit Ihnen rein. Wenn ich in eine Zukunft denke, wo eine ONT in jedem Haushalt vorhanden ist, ich habe ein Ethernet-Board, ich stecke mich an, ich provisioniere mein Service als Endkunde am Sonntagnachmittag, Self-Install, ich drücke am Knopf, das rennt, ich bin voll bei Ihnen, das ist auch unsere Vision. Da möchte ich hin, es wird für mich einfacher, es wird für mich schneller, die Kosten gehen runter. Das ist 100%ig, teile ich mit Ihnen. Auf Kupfer kann ich Ihnen leider nicht zustimmen. Warum nicht? Ja, die Technologie ist Jahrzehnte alt und das ist unser Problem. Mit dem Bedarf, speziell der letzten Jahre, reizen wir das Kupfer mittlerweile bis über seine Leistungsgrenzen aus. Das heißt, die Probleme, die wir haben, sind vielfältig. Das geht, das fängt an, bei speziell in alten Häusern, die Telefonleitungen liegen parallel zu den Elektrikleitungen, legen das ganze Haus lahm, nur wegen den Indifferenzen, die sie schaffen. Ich kann beim Kunden, wenn das Modem nicht von uns kommt, ich kann es nicht messen. Der Kunde kann bei uns anrufen, ich kann ihm nicht einmal helfen, ich kann ihm nicht sagen, warum es nicht geht, ich kann ihm nicht helfen. Und das sind für mich die zwei Welten. Solange wir auf Kupfer sind, und wir reden bei uns in Österreich auf einem Kupfernetz, wo wir von 2 Megabit, 2, nicht 20, von 2 Megabit bis 300 Megabit alles anbieten. Weil wir halt als Telekom in ganz Österreich vom Bauernhaus in Tirol bis zur Eigentumsordnung in Wien überall vertreten sind. Und ich muss das ganze Spektrum abdecken. Und um vor allem in diesem unterschiedlichen Grids, mit den unterschiedlichen Standards, wir haben es vorher gehört, Vectoring, wie Plassen, wie sie alle heißen, um mich dort bewegen zu können und dort den Kunden noch wirklich in die Leistung erbringen zu können, bin ich noch darauf angewiesen. Fiber wird das Spiel ändern, da bin ich bei Ihnen. Darf ich da ganz kurz einhaken, bezüglich, Sie können es da nicht sagen, kann das dann der Hersteller das Routers sagen, oder das Endgerät sagen, woran es hapert? Herr Giesig, Herr Thiedemann, können Sie dazu? Und dann kommen wir zu in der Nachfrage. Ich sage das gerne aus Endkundensicht. Ich habe da einen Mitbewerber vom Herrn Stock, einen Lillonen, als meinen Provider. Und der hat mir da eben den Kastel hingestellt und hat dieses Service sauber getrennt. Das heißt, er ist wirklich bis zu dem Kastel verantwortlich, kann auf dem Kastel nachschauen, wie gut ist meine Qualität, wie gut sind meine Signalstärken. Das heißt, da kann der Service, die Service-Mitarbeiter in den Zentralen können sagen, ja, die Verstärkung auf ihrer Leitung passt nicht. Wir schicken jemanden, der das noch ein bisschen höher dreht oder so. Das hatte ich mal. Und für mich ist das aber auch nicht wirklich relevant. Also diese Diskussion, die da jetzt zwischen dem Herrn Stock und dem Herrn Thiedemann waren, die interessiert mich als Endkunden auch gar nicht. Sondern ich möchte da einen gewissen Service haben und den möchte ich wie wir es vorher kurz diskutiert haben in unterschiedlichen Levels haben. Also einen ganz einfachen. Ich möchte einfach da meinen Smart-TV anstecken können, meinen PC. Ich möchte mich über das Handy verbinden können. Das heißt, ich brauche da nicht nur das nackte Metall sozusagen, sondern ich brauche da eben einen DHCP-Service, der mir meine internen Netzwerkadressen managt. Ich möchte vielleicht da auch ein bisschen an etwas filtern können, etwas blockieren können. Das sind sozusagen die Basic-Sachen. Und dann gibt es da eine ganze Service-Palette. Der Herr Thiedemann mit seinen Kasteln, um das jetzt einmal so zu sagen, bietet da an, dass ich da IP-Telefonie machen kann. Das heißt, ich stecke an seinen Kasteln einfach ein Telefon an und telefoniere damit übers Internet. Gibt es auch. Oder ich betreibe oder ich stecke einen USB-Stick an, wo ich Dateien drauf habe und habe einen Web-Server und kann von überall im Internet auf diese Dateien zugreifen. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Varianten von Service-Leveln, die ich da machen kann. Ich kann da eben zu Hause schon teilweise einen eigenen Server betreiben, wenn mir der Provider eben zum Beispiel eine fixe IP-Adresse gibt, kann ich das machen. Dann bin ich aus dem Internet immer unter derselben Adresse erreichbar. Dann kann ich da einen Name-Service einrichten. Dann kann ich tatsächlich da für meine Familie, weiß ich nicht, meine Fotos auf einen kleinen Web-Server stellen, um das zu machen. Also dieser Service-Gedanken ist eben das, wo ich darauf, wo ich den ich eben da hervorstellen will. Und den, also meiner Meinung nach eben, und um zurückzukommen, genau, auf das Ursprüngliche, dieser sozusagen, diesen definierten Netzzugangspunkt, der bedeutet ja auch eben, weil es im Chat angesprochen wurde, hinsichtlich Sicherheit. Ich muss ja den Provider quasi bis zu mir, bis in meine Wohnung, bis zu meinem Netzanschlusspunkt kommen lassen, damit er das bis dorthin auch absichern kann. Das heißt, das Kastl kann eben nicht nur eine einfache Anschlussdose sein, sondern das muss auch für die Sicherheit bis zu mir, bis zu meiner Steckbuchse verantwortlich sein. Und das geht nur, wenn eben der Provider da entsprechende Sicherheits-Services von seiner Seite drauf laufen lässt. Also diese Kastl müssen eine gewisse Intelligenz haben, da wird man ein VPN drüber laufen lassen, wir haben eine Firewall eingebaut, etc., etc., an die ich als Endkunde gar nicht herankommen sollte, können sollte, um da auch gar nichts verstellen zu können. Was da in dem Hinsicht dann die Routerfreiheit ist, ist, dass ich eben ein gescheites Kastl nehmen kann, mich anstecken kann und jetzt dem Kastl vom Provider sagen kann, du pass auf, ich kümmere mich jetzt sozusagen ein bisschen selber darum, schalte mir bitte mein Kastl jetzt fürs ganze Internet frei, dass das vom ganzen Internet zu sehen ist, damit ich dann eben diese Services wie eine kleine Webseite oder eben IP-Telefonie eben auf meinem eigenen Router, den ich angeschafft habe, machen kann. Also das ist aus meiner Sicht so diese Sache, wo ich sagen kann, die Diskussionen gehen, glaube ich, ein bisschen in die falsche Richtung, weil wenn man da anfängt zu diskutieren, auf welchem untersten Level man sich anschließen darf, sind wir aus Konsumentensicht eigentlich schon ganz daneben. Ja, also vielleicht, wenn Sie, Herr Giesig, wenn Sie erlauben, dass ich kurz auf Sie antworte, das habe ich ein großes Verständnis, dass es für normale Anwender, ist es unsere Aufgabe als Hersteller, die ganze Komplexität, die sich im Netzzugang ergibt, dass wir das eben letztlich, dass das unsere Aufgabe ist, die gar nicht dem End anwendenden Leuten zu präsentieren. Die sollen einfach die Services so nutzen können, telefonieren, IP-TV, Internetzugang und dann eventuell weitere Services, die da künftig kommen. Manche machen inzwischen WLAN als Service, manche machen Smart Home als Service. Also es gibt ja eine ganze Leiter an Services, die von manchen Internetanbietern inzwischen schon angebunden werden. Ich würde trotzdem, wenn Sie es mir erlauben, diese Leiter in diesem Kommunikationsding nochmal ganz runtergehen. Mir geht es ein bisschen ja auch um Strukturfragen und ich will, wie gesagt, ich verstehe ja dadurch, dass wir auch mit vielen Internetanbietern zusammenarbeiten, sehr eng auch zusammenarbeiten, sind uns die Probleme ja durchaus bekannt. Andererseits denke ich auch, es wird vielleicht manchmal von der Anbieterseite unterschätzt, die Ambitionen und die Energie und das Engagement und auch letztlich das wettbewerbliche Interesse der Hersteller, eben gerade die Qualität und die Einfachheit und die Zuverlässigkeit nach oben zu bringen. Also wir haben wahrscheinlich eigentlich dasselbe Optimierungsziel, also Anbieter genauso wie Hersteller und ich glaube, es wäre verkehrt, den Herstellern grundsätzlich irgendwie zu unterstellen, die wollen nur Castel verkaufen, die wollen zufriedene Kunden haben, genauso wie auch die Anbieter, da haben wir ein gemeinsames Interesse und beide ringen wir um die Zustimmung seitens des Kunden. Ich möchte mal einmal ganz kurz, wenn Sie mir die zwei Minuten noch geben, auf die berechtigte Frage von Herrn Stock nochmal eingehen, ja kann ich denn, also ich als Anbieter habe ein spezielles Auswahlverfahren, vielleicht habe ich sogar eine sogenannte Whitelist gebildet, also von Geräten, denen ich den Netzzugang erlaube, weil ich die ganz genau geprüft habe und ich kann da zusichern, dass die die beste Qualität liefern, die stehen auf einer weißen Liste, die sind gut und nur die möchte ich zulassen, denn das könnte meine Sorge sein, bei den anderen vielleicht das Service nicht ganz so optimal ist und meine Kunden vielleicht nicht ganz so zufrieden sind und ich kann die auch gar nicht, der technische Sprachgebrauch ist managen, das heißt der Netzbetreiber kann gar nicht sehen, ob die beiden Modems an den beiden Enden der Leitung, ob die überhaupt vernünftig miteinander reden können, aber es ist glücklicherweise so, vielleicht ich sage es nur mal hier in der Runde, diese Standards von der Internationalen Telekommunikationsvereinigung ITU bezüglich dieser Kommunikation dieser beiden Modems, die jeweils an den beiden Enden dieser Telefonleitung hängen, die sehen durchaus vor, dass beide Seiten sich verständigen über die Eigenschaften der Leitung, dass sie auch so untereinander schon mal ein bisschen sprechen, wie viele Bits gehen über die Leitung und welche Störerfelder gibt es da und vielleicht auch bestimmte Frequenzen, die man meidet. Sie kennen das aus einem ganz, ganz uralten Beispiel, wenn Sie ein Faxgerät verschickt haben, dann gab es im Vorhinein oder ein Modem erstmal so ein Rumgepfeife noch ehe eine Seite weggesendet worden ist und dieses Pfeifen, also nehmen Sie das als Bild bitte, das ist in moderner Art und Weise wird es auch auf diesen VDSL-Leitungen gemacht, aber auch bei den DOCSIS-Leitungen in so einer ähnlichen Art und Weise. Das heißt, es gibt durchaus im Standard zwischen, ich sage mal, ganz freien Geräten, die irgendwo in einem Markt gekauft werden und dem anbieterseitigen Modems im Netz gibt es auf den untersten Strukturen natürlich schon solche Verfahren und die könnten genutzt werden. Sollte der Anbieter zusätzliche Verfahren speziell für seinen Dienst ausgebildet haben, das kann ich mir vorstellen, dann ist es auch das nicht schwer. Offensichtlich hat der Anbieter ja es geschafft, seinen Lieferanten für die Modems eine Spezifikation zu geben, wie er das gerne hätte und das wäre dann schlussendlich eigentlich erstrebenswert und dann am Ende sogar rechtskonform mit europäischen Richtlinien, wenn diese Spezifikation, diese Netzzugangsschnittstelle samt ihrer vielleicht auch proprietären Erweiterungen veröffentlicht wird und das ermöglicht eben den Herstellern und den Anwendern sozusagen eben dann auch diese Services in gleicher Art und Weise zu nutzen, wie eben die Modems, die der Netzbetreiber selbst ausgewählt hat. Der Vorteil für den Netzbetreiber ist, jetzt gibt es plötzlich einen dicken Wettbewerb und vielleicht sogar einen Preiswettbewerb, um das günstigste und beste Modem an dem Netz. So. Dankeschön. Herr Kappers, ja, und Herr Steinmacher, ich sehe Sie beide und würde Sie jetzt auch bitten, Herr Kappers. Jo, das waren jetzt einige Punkte allerdings. In der Kurzform zu den, von der AVM oder speziell zum Thema AVM angesprochenen, wir wollen ja das beste Modem und so weiter, glaube ich als Provider gerne. Wir kaufen auch plättenweise dieses Zeug. Ich darf aber auch dazwischen sagen, es gibt auch schon Jahre Treiberprobleme mit manchen Modellen und das ist halt dann so, dass man damit leben muss, dass das halt nicht funktioniert, selbst wenn der Ville noch so groß ist. Inzwischen gibt es anscheinend für ein spezielles Modell und das A1-Netz eine Lösung, aber es hat, wie gesagt, ein Jahr gedauert. Ansonsten, bei den optischen Schnittstellen, dass das dann alles Eitelwande wird, das, glaube ich, nicht lieber Herr Stock. Es gibt natürlich einerseits euer Chip und Netz, es gibt aber auch ganz, ganz viele andere FTDH-Netze, die vielleicht anders, vielleicht moderner oder zumindest höher bidratig noch expandieren könnten. Also da werden wir nach wie vor speziell, wenn man ganz österreichisches Coverage sieht, einen wesentlichen Punkt haben, dass es halt verschiedene Formen von FTDH geben wird. Und wenn am Ende immer ein Ethernet rausfällt, ist das schon gut. Nur da haben wir vorher schon den Zwischenmodus gehabt, wie viele Kasteln und dann auch für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist im österreichischen Idiom nicht despektierlich gemeint, sondern das ist liebevoll. Wie viele Kasteln will ich denn haben in meiner Wohnung? Eins für die Chip-On-Terminierung, eins dahinter für den Netzwerk-Service-Betreiber, der dort terminiert und das überprüfen kann und dahinter dann das Endgerät des Endkunden, der das nutzen will. Ich verstehe das schon, wenn man dann so drei Geräte übereinander stapeln muss, dass das ein bisschen fad wird. Insofern, bei den Schnittstellen bin ich völlig beim Herrn Tillmann, die sind genormt und beim Thema Chip-On im Speziellen, da wäre es übrigens mit klassischer FTDH, also Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und nicht Punkt-zu-Multipoint-Verbindungen wesentlich einfacher, weil das Chip-On, das eben eine Glasfaserstrecke für mehrere Benutzer anwendet, heißt, ich muss dort erst recht wieder Timing-Parameter, Codierungen, Verschlüsselungen etc. en vogue, also auf Stand halten zwischen den Endgeräten und da wir vielleicht sogar die Idee zu sagen, machen wir es doch traditionell für alle Point-zu-Point, aber ich weiß schon, da mache ich dann eine Netzausbaudiskussion auf. Ich glaube, das ist das wichtige Stichwort für Sie, Herr Steinmaurer. Ja, das Netz ausbauen ist das eine, vielleicht die Zukunft, was der Herr Kappa da in Aussicht gestellt hat mit Kassel und Neu-Kassel und Möcker, das Motto heißt, dann in Zukunft jeden sein Rechensentrum. Wie gesagt, wollen wir auch nicht haben in dem Bereich, aber vielleicht eine Sache, was ich zuerst, warum ich auch die Hand gehoben habe, Fragen stelle, nur mehr an Herrn Diedemann. Wie gesagt, die Möglichkeit, dass ich mir einen Router oder Modem entsprechend anstecke, die habe ich auch heute schon, die ist nicht verboten in dem Sinn, es ist nicht so, dass es nicht zugelassen ist. Wie gesagt, ich mache es halt dann in dem Sinn, was meine Sache ist, so ist es, ich mache es auf meine Verantwortung. Was ist da unterschiedlich zu Deutschland? Das ist für mich jetzt ein Markt, den ich durchaus ganz gut kenne, wo doch auch eine Telekom durchaus die Router genauso mitliefert, wie es in Österreich die A1-Telekom macht. Was ist da der Unterschied? Gibt es da sozusagen mehr Wettbewerb jetzt in dem Sinne im Bereich aus Ihrer Sicht ist? Ich bin interessiert und ist man in Deutschland sozusagen nicht auch so, dass dort der Konsument sehr wohl das durchaus so 50-50 Teilung hat, dass man sagt, okay, die einen wollen halt einfach alles in einen bekommen und alles sozusagen im Callcenter des Netzbetreibers anrufen können oder die andere Hälfte, müssen sie es halt frei aussuchen. Also wie gesagt, da sehe ich aber noch nicht den großen Unterschied. Wie gesagt, es besteht bei uns sicherlich die, das nehme ich schon mit, also die Chance und es ist Potenzial nach oben, dass man hier mehr freie Router in den Markt bringt, aber es ist sozusagen eben aus meiner Sicht Weise nicht verboten. Und die zweite Sache auch noch, was da noch wichtig, was ich gerne noch sehen würde, okay, diese Schnittstellen veröffentlichen, vielleicht der Stock, gibt es dort Einwände eigentlich seitens der Betreiber, dass man diese Schnittstellen veröffentlichen wird. Das ist natürlich, wenn ich einheitliche Schnittstellen habe und wenn ich die Spezifikationen für das Netz weiß und dann am Markt alle potenziellen Anbieter sozusagen diese Schnittstellen übernehmen können und damit sicherstellen, dass sie die Kunden am Markt auch die passenden Geräte kaufen können. Was spricht dagegen? Gibt es da Sicherheitsbedenken dagegen oder sonst irgendwas? Das würde mich nur von dem her interessieren. Und zu dem letzten Thema, wo Sie mir sozusagen den Ball gelegt haben vor Steinbrenner, ja sicher, ich meine, mit Glasfaser kann es besser werden, aber wie der Herr Kapper sagt, es wird wahrscheinlich auch nicht jedes Problem gelöst werden. Aber wie gesagt, das ist natürlich großes Ziel. Wie gesagt, Sie kennen die Zielsetzungen 2030-Strategie und so weiter, dass wir im Glasfaseraufbau im Take-Up-Rate entsprechend weiterkommen und wie gesagt, die Tendenz zeigt ja auch in Österreich, dass es in die Richtung geht. Nur viel zu wenig, aber wie gesagt, wir tun alles, damit das schnell dauert, aber wie gesagt, das Long-Tail-Business, das dauert eine Zeit und dann wird es hochziehen. Und da bin ich überzeugt, also 20, 30 Bezielsetzungen, wir lassen sich schon erreichen. Wobei wir aber eins berücksichtigen müssen, das ist das österreichische Spezifikum, das wir haben. Wir haben hier eine sehr starke, gerade im Internet, auch Mobilfunkpenetration. Wir sind eines jener Länder, das die höchste Anzahl an Cubes hat und ich sage ja selbst Unternehmen, wenn ich jetzt nur sozusagen rückblicke, was während der Corona-Zeit passiert ist, wie alle plötzlich ins Homeoffice gewechselt sind, was haben die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern gemacht? Und Herr Stock, Sie wissen das vielleicht sozusagen aus ihren eigenen Zahlen, aber mein Überblick, mein Eindruck war, selbst die Firmen haben sehr, sehr schnell viel Cubes für ihre Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, um hier sozusagen dort WLAN zu Hause schnell und einfach bereitzustellen und auf der Basis entsprechend die Schnittstelle herzustellen. Das ist das Modem natürlich für das WLAN im Haus natürlich wieder sozusagen die mobile Version. Das ist wichtig und bei der Technologie in Eric Giesinger hat das ja gesagt, so ist es relativ einfach, das herzustellen. Also und die Routerfreiheit auch sicherzustellen. So, das war jetzt in Summe ein Potpourri von meiner Seite und Herr Stock, möchte ich das auch stehen lassen? Ich möchte die Frage von Herrn Steinmauer bezüglich der Mobilfunk Penetration kurz antworten und dann würde ich nochmal den Herrn Kapper kurz bitten, das Wort zu erklären. Sehr gerne. Es waren ja zwei Fragen dabei. Das eine ist Offenlegung der Schnittstelle. Um ehrlich zu sein, die ist den meisten oder den gängigsten Lieferanten bekannt, auch der AVM, da wir ja zufällig auch einiges an Equipment von innen beziehen. Das heißt, es ist bekannt, der Teil, den ich nicht offenlegen würde und da gibt es schon einen Teil, wir bemühen uns ja nicht nur darum, dass das Modem geht, sondern wir haben ja im Hintergedanken uns auch bei der Servicequalität abzuheben und die geht tiefer als bis zum Modem. Also wir haben vorher über das Heimnetzwerk, über Security und dergleichen gesprochen. Das heißt, ich habe natürlich das Interesse hier mehr zu tun. Aber natürlich, also da bin ich dann wieder emotionslos, wenn der Kunde sagt, er möchte auf das verzichten, so lange es geht, denkbar. Aber wie gesagt, wir machen auch kein großes Geheimnis aus der Schnittstelle selber. Zum Absatz, also wir haben beides gesehen. Es ist natürlich sowohl die Anzahl an Cubes in die Höhe gegangen als auch die Bandbreiten Speed-Upgrades und die Neuanschlüsse und genauso wie Sie sagen, Herr Steinmauer, es ist halt Österreich ist ein eigenartiges Land, was das betrifft, weil wir haben einen irrsinnig guten Mobilfunkausbau und hinten auf der Festnetzseite hinterher und das ist im europäischen, aber auch im Weltvergleich ja immer üblich. Normalerweise ist man mit dem Festnetz besser und dafür Mobilfunk nicht und da sind wir halt in einer einzigartigen Situation. Herr Kappau, Sie haben die Hand gehoben. Ja, speziell das Stichwort Schnittstelle ruft natürlich reflexartig ein bisschen Leiden hervor, weil die Alternativen Anbieter, die auf dieser virtuellen Entbündelung bei der A1 drauf sitzen müssen, wenn wir da eigene Modems einsetzen wollen, dann müssen wir ins Labor. Das Labor kostet Geld am Tag, nicht einmal so wenig und man braucht doch mehr als ein Modem, sagen wir es einmal so, zum Testen, so eine ganze Batterie an Modems zum Testen, muss sich dann über die Firmware-Versionen etc. reinigen, weil ansonsten kann es einem passieren, im Störungsfalle, dass man als Alternative dann quasi von der Seite A1 Betreuung hört, ja, zuerst einmal ein normiertes Modem anstecken, dann reden wir weiter, was ich technisch natürlich verstehe, allerdings gibt es jetzt noch die Bonusrunde, es gibt die Möglichkeit für ANBs diese Tests zu machen und sie dann nicht zu veröffentlichen. Das heißt, wir wissen teilweise gar nicht, welche Modems sind denn offiziell zertifiziert, es gibt zwar eine generelle Whitelist, aber die ist eben nicht das Ende der gesamten Liste der überprüften Geräte und da glaube ich, sollte man einerseits auf der einen Seite, aber natürlich auch von Regulatorseite und vielleicht sogar von Herstellerseite darauf hinzuweiten, dass man diese Dinge tatsächlich public für alle sichtbar macht und hoffentlich auch die Testmöglichkeiten für die Hersteller so einrichtet, dass das nicht ewig schwierig ist, Labortermine zu kriegen, bloß die dann zahlen zu müssen. Also da stelle ich mir zum Beispiel einen Prozess vor zu sagen, wir schicken euch aus Nummer 32 Modems, also wenn ich jetzt ein Hersteller wäre, so ein aus dem Deutschen Verband, würde ich sagen, liebe eins, hier 32 Modems zum Testen, viel Spaß, hier ist unsere Telefonnummer, Techniker für Rückfragen, Probleme etc. steht bereit. Das wäre mir so der eine Wunsch und Richtung Regulator würde ich mir natürlich wünschen, dass wir auch nicht nur den Fiber-Take-Up nach oben bringen, sondern eben auch einen Fiber-Take-Up bringen, der für alle Netzbetreiber nutzbar ist. Wir reden zwar einerseits immer von den Services, aber es geht darunter schon um die Infrastruktur und die müsste halt die Voraussetzungen schaffen, dass sich dann oben auch einen Service-Wettbewerb liefern kann und nicht automatisch, zufälligerweise in einem Technologie-Log bin, wo dann halt derjenige, der es vielleicht gebaut hat, einen wesentlichen Vorteil hat. So, jetzt wird es nur Wettbewerb-Technik. Ich frage gleich an den Herrn Tiedemann weiter, der sehr schnell aufgezeigt hat. Achso, ich habe das so analog gemacht, ich kann das anders gar nicht. Also erst mal ganz was Wichtiges, das Begriff Kastel. Er ist hier auch in Deutschland sehr bekannt und bei mir persönlich, also meine Mutter kommt aus Graz und von daher habe ich sprachliche Erfahrung durchaus und auch zum Skifahren bin ich gerne da und auch sonst bin ich privat gerne in Wien und hatte einen ganz tollen Professor aus Wien, den Herrn Professor Zeilinger, den kennen Sie sicher, der uns aufweist, dass wir gerade bei der Optik, und da blicke ich ein bisschen in die Glasfaser, da müssen wir schon schauen, dass wir die Glasfaser-Infrastruktur gut bauen, weil was der Herr Professor Zeilinger und sein Team in Wien da so zeigt und auch in Innsbruck, das ist schon Wahnsinn, wo es in 50 Jahren vielleicht mal sein werden, aber lassen Sie mich vorhin bitte anfangen beim Herrn Steinmaurer, vielleicht wenn Sie es erlauben, dass ich Sie jetzt nochmal in der Form als regulierende Behörde nochmal ein bisschen jetzt aus Verbandssicht, also ich nehme jetzt mal, wie gesagt, wir sind der Verband, wo viele Unternehmen teilnehmen und da muss ich Ihnen sagen, es wäre jetzt nicht möglich für eines unserer Mitgliedsunternehmen, das sind Leute, die machen Router seit 20 Jahren, die verwenden dieselben Chips für DSL, die wir auch verwenden, dieselben Treiberbausteine da drin, die Software, die haben aber halt die speziellen Erfordernisse für ihre Firmenkunden und die können nicht ohne weiteres ihre Router an kleine Firmen in Österreich verkaufen, das Produkt ist nicht auf der Whitelist, um auf diese Whitelist zu kommen, haben die eine unangemessen hohe Barriere zu überwinden, eigentlich ist es gar nicht möglich, wahrscheinlich müsste der Herr Kapper, wenn er viel Zeit hat und die irgendwie gern hat, müsste die sozusagen ins Programm aufnehmen, müsste wahrscheinlich bei der A1 vorstellig werden und dann könnte der das sozusagen stellvertretend für die machen, damit die eben den Rechtsanwaltsbüros und den vielen kleinen mittleren Unternehmen tolle robuste Hardware im DSL Umfeld zu verkaufen. Kabel habe ich bereits gesagt, Herr Steinmauer, das halte ich für ausgeschlossen, dass Sie ein Modem aus Deutschland in Österreich zum Laufen kriegen, das denke ich ist nicht der Fall, insofern würde ich schon sehr stark nochmal kritisch hinterfragen, ob die Aussage richtig ist, dass grundsätzlich eine Wahlfreiheit in Österreich besteht, meiner Meinung nach besteht es nicht. Die Firma AVM mag da in einer besonderen Situation sein, weil sie zeitgleich eben auch Provider beliefert, das freuen wir uns auch sehr und wir freuen uns vor allem sehr, europäische Hersteller heute in der Liga spielen. Ich möchte es nicht zu laut sagen, aber es kann gut sein, dass auch die österreichischen Netzbetreiber unter starken Preisdruck geraten und irgendwann nur noch Huawei oder ZTE einkaufen und dann schaut es halt böse aus in Deutschland oder in Österreich oder in Europa insgesamt mit den Herstellern, die solche Geräte derzeit machen. Im Moment haben wir noch einige Hersteller, die da gut unterwegs sind und deswegen brauchen wir europaweit natürlich auch einen Markt, der uns abnimmt und wenn uns die Regulierungsbehörden das sagen, das braucht man nicht, weil das der Durchschnittskunde nicht braucht, dann kommen halt nicht weiter. Zur Wahlfreiheit, ich nehme gern das deutsche Beispiel, Entschuldigen Sie, ich bin jetzt von Graz weg gewandert, ich bin jetzt in Berlin daheim, also ich bin da hier im Epizentrum der deutschen Politik, die haben seit 2001 die Wahlfreiheit für Endgeräte, das ist beim dortigen FTEG niedergelegt, in Österreich ist das so ähnlich, das ist quasi die Fortschreibung als absehbar war, dass es in Deutschland Probleme gibt mit dieser Wahlfreiheit, wurde das präzisiert, die europäische Rechtsprechung, dahingehend, dass der Netzabschlusspunkt passiv ausgeführt werden muss, nur so hat der Deutsche Bundestag mit hundertprozentiger Zustimmung im Parlament beschlossen, dass der Netzabschlusspunkt in Deutschland passiv sein muss, damit konnten auch die Kabelnetze geöffnet werden für Wettbewerb und auch die Glasfasernetze und auch die GIPO-Netze und das ist ein großer Erfolg. Ich hatte Ihnen gesagt, ich schätze mal, dass irgendwie zwischen 40 und 50 Prozent der Router durch Kunden gekauft werden und oft einfach nur, weil das ersetzt wird. In Deutschland ist vielleicht anders als in Österreich, da kriegen sie es nicht nur umsonst, sondern da zahlen sie oft dem Service Provider halt noch ein kleines Upselling, irgendwie ein paar Euro im Monat für das Gerät und wenn man das natürlich zusammenrechnet und wenn man dann nicht so viel Geld hat, dann schaut man den man aber einmal bezahlt und ist dann glücklich und das war eben der deutschen Politik damals eben wichtig, das zu erhalten. Deswegen haben wir einen großen Markt hier, der gibt es auch in Italien, in Niederlande bahnt es sich gerade an, auch die schreiben sozusagen ihr TKG gerade neu und da passiert das jetzt auch demnächst, das erwarten wir zumindest. Es gibt noch weitere Mitgliedsländer in Europa, die das machen. Da kann man das einhaken, weil Sie gerade vorhin in Deutschland gesagt haben, man muss da schon dazu sagen, das war 2001 geschlossen, dass es dann wirklich zu einer Wahlfreiheit kam. Es sind dann nochmal ein paar Jahre vergangen. Das hatte ich vergessen zu erwähnen, 2016 wurde das im Bundestag bekräftigt, Entschuldigung, da habe ich zu schnell geredet. ein bisschen Zeit und wir sind ja jetzt auch, was das neue Telekommunikationsgesetz betrifft, das auf dem Weg ist, weswegen wir ja auch heute diskutieren. Also da ist man ja auch ein bisschen schneller dran. Ich würde noch gern bitten, den Herrn Steinmauer dazu, darauf einzugehen und wir hätten nämlich, weil grundsätzlich ist es ja, dass wir sehr viele Anforderungen von vielen Seiten haben, die jetzt eigentlich alle bei Ihnen landen, Herr Steinmauer, mit einer langen, langen Wunschliste eigentlich, was dieses kommende Telekommunikationsgesetz und das Mögen... Ich muss aber dazu sagen, ich muss aber dazu sagen, dass ich es nicht mache, sondern nur vollziehe. Ich bemühe mich natürlich, die eine oder andere Meinung dazu zu haben, aber entwerfend uns das Bundesministerium für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen und beschließen tut es das Parlament. Das möchte ich nur vorweg schließen, aber wie gesagt, natürlich haben wir zu einigen Themen durchaus Meinungen, die auch umfüß können. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, aber sieht das Telekommunikationsgesetz nicht von Ministerin Köstinger auch vor, dass die Entscheidung dann in die Hände der RPR wandert? Es fällt in die RTR, die dann in Abstimmung mit der ComAustria eine Festlegung des Netzabschlusspunktes per Verordnung machen kann und wie gesagt, das muss man entsprechen, das kann ich vorweg sagen, da passt auch das, was der Herr Dillemann gesagt hat in die Richtung. Da möchte ich auch ganz kurz gleich darauf einsteigen. Herr Dillemann hat gesagt, okay, in Deutschland verlangen die Telekommunikations ein Geld für die Router und schenken es nicht her, anders als wie in Österreich. Oft deswegen ist sozusagen auch der Trang der Kunden, dass sie dort auch Selbstgeräte wählen, größer. Erster Punkt, das ist vielleicht ein Marktspezifikum mit der Möglichkeit, wenn es bei uns dazu geschenkt wird, Sie kennen einen typischen Österreich, aber wenn Sie das Geschenk kriegen, nimm es einmal. Das ist einmal die Sache, die vielleicht auch, warum die Leute doch her, dann nehmen wir es halt. Dann werden sie eh unzufrieden und dann kaufen sie selbst dran und das machen sie wie der Herr Kier sich gesagt hat und das dann kaskadiert nachschalten und dann kann man sein eigener herwenden. Das ist die erste Sache. Wie gesagt, diese Abforderung betreffend, dass das Modem aus Deutschland im Kabel nicht funktioniert, Herr Dillemann, das schauen wir uns wirklich genau an, das ist sicherlich was, was wir uns, wenn wir über eine Verordnung nachdenken, durchaus auch mit berücksichtigen, wo es hier und wo es hier entsprechende Lücken gibt, die an der Regelung zugeführt werden müssen, das kann ich von dem her sagen. Und eine Sache, das möchte ich in dem Sinn schon dazu sagen, Sie haben ein spezielles Problem, wo Sie hier von Routerherstellern das Problem sehen, wie gesagt, spezielle Lösungen bei Firmen können nicht angeboten werden, wie gesagt, das ist halt, wie gesagt, das ist der Spezialteil, das möchte ich einfach nochmal rausgehen, da ging es eben nicht, wir haben hier gesprochen über die, ich sage, den Durchschnittskonsumenten, das heißt, nicht einer, der gänzlich sozusagen weg von jeder Technik ist, aber sozusagen, ich nehme mich immer durchaus als Beispiel her, technikaffin, durchaus schon länger in der Branche, also ich verstehe ein bisschen was von Telekommunikation durchaus und bin aber natürlich ein sehr bequemer Mensch und möchte es möglichst einfach machen, ich bin ja so ein Plug-and-Play-Typ in dem Bereich und da, das ist sozusagen der Konsument, von dem wir reden, ein bisschen was kann man schon von ihrem verlangen, aber wie gesagt, das ist die Sache. Spezielle Firmenkundenlösung, das ist sicherlich auch ein Thema, da muss man sich das im Einzelfall anschauen von den Unternehmen, von denen sie sprechen und was da für Lösungen drinnen sind, wie gesagt, was ich da eben immer wieder sehe, ist genau diese Schnittstilprobleme, über das wir diskutieren müssen und ja, da bin ich jetzt bei der Tatsache, wie gesagt, wir müssen alle diese Dinge zusammenbringen und uns anschauen und dann evaluieren, wie man da möglichst eine entsprechend gute, auch verordnungsmäßige Lösung bringt oder Lösungen anderer Art, wie gesagt, ich bin sozusagen dort, wo es der Markt regeln kann, soll es der Markt regeln, wo die gesetzlichen Bestimmungen vielleicht einfach nur eine Schärfung der Auslegung bedürfen, um im Markt zu stimulieren, dass sich dort etwas tut, sehe ich durchaus auch die Lösungen, die mir an der einen oder anderen Stelle lieber sind. Aber wie gesagt, zusammengefasst, wie gesagt, wir müssen vergleichen, müssen schauen, was woanders besser funktioniert und wie weit diese Argumente hier speziell in Österreich an der Lösung zugeführt werden müssen, dann können wir weiterschauen. Und das geht, Sie haben es ausgesprochen, Frau Steinbrenner, wenn das Gesetz kommt und in § 49 die Verordnungsermächtigung können, dann wird man entsprechend das evaluiert, mit der Branche, mit den Betroffenen hier gemeinsam diskutieren und dann sicherlich für den Markt die beste Lösung finden. Aber das machen wir. Das klingt doch wunderbar, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Ergebnis auch einmal davon. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir zu den Fragen der Zuhörer kommen, Stichwort Kaskadierung, wir haben es jetzt schon öfters auch nochmal gehört, es ist ja möglich, das nennen wir es nochmal liebevoll Kasterl, zum Modem umzufunktionieren und dann ein Gerät der Wahl als Router anzuhängen. Da haben wir halt einerseits dann den Vorteil, dass wir mehr Funktionen auch nutzen können, wie es der Herr Giersig schon angeführt hat, sei es eben einen eigenen Medienseller einzurichten für die Familienfotos, für die eigene kleine Filmbibliothek oder was gerade in Zeiten der Pandemie, glaube ich, für viele entscheidend wurde, einfach auch Remote Working, Sprich, man hat den Fernsehgriff auf seine eigenen Dateien am Gerät, das eigentlich zu Hause steht. Jetzt haben wir aber eh schon sehr viele Geräte, die im Heimnetzwerk hängen, von den Handys, Tablets, smarten Glühbirnen und sonstigen. Jetzt haben wir halt nochmal zwei Geräte hängen, was jetzt... Na, eines haben wir hängen. Eines mehr, Sie sagen eines mehr. Eines brauchen wir ja sowieso. Genau, bloß eins. Also eines mehr haben wir jetzt dazuhängen. Herr Kapper möchte dazu, glaube ich. Wir könnten uns aber diesen ganzen Medienserver sparen, indem wir einfach sagen, die Cloud nicht vergessen. Wir tun alles in die Cloud und nicht alles daheim liegen. Ja, da würde ich gleich gerne was dazu sagen. Das ist natürlich, ja, man kann natürlich solche Cloud-Services zur Verfügung stellen, dann sollten wir aber auch, da müssen wir auch gleich eine Diskussion über Netzneutralität anfangen, weil natürlich, wenn dann jemand sagen möchte, okay, ich betreibe jetzt meine eigene Cloud und eine Cloud ist ja nichts anderes als ein Computer letztlich, ich möchte meine eigene Cloud zu Hause betreiben, dann möchte ich das natürlich auch mit einem entsprechenden Service-Level machen können der anderen Cloud-Anbietern zwar nicht an die herankommt, weil die einfach andere Größenordnungen sind, aber trotzdem noch immer entsprechend gut funktionieren soll. Ich möchte vielleicht, dass diese ganze Diskussion dann noch einmal auf einen Punkt hinleiten, wir haben vorhin sehr viel darüber diskutiert, wer denn jetzt eigentlich die Verantwortung für, ich sage mal, das Kabel zwischen der Wohnung und den nächsten Anschlusspunkt übernimmt und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, wo das ist, wo wir eigentlich hin müssen. Letztlich sollte das auf mehreren Ebenen beim Provider liegen, nämlich einerseits aus Gründen, dass das zusammenpasst, der verkauft ja das quasi und zweitens aus dieser Sicherheitssicht, aus der Security-Sicht sollte eben auch dieser Anschlusspunkt in der Wohnung quasi der Abschlusspunkt sein, bis wohin der Provider die Verantwortung für die Sicherheit übernimmt. Das heißt, dieses Kastl, das man vom Provider bekommt, muss ja sozusagen nach außen hin gehärtet sein, damit ich da nicht in sich irgendwelche Hacker dann quasi in mein privates Netzwerk hineinkommen. Das wäre heutzutage Stand der Technik, dass man so etwas machen sollte. Das bedeutet natürlich auch, dass in dem Kastl auch entsprechende Updates eingespielt werden können müssen und das kann man dem Endkunden im Allgemeinen nicht überlassen oder zumuten, sagen wir mal so, sondern das muss von Seiten der Provider kommen, mit Hilfe der Hersteller natürlich letztlich und wenn wir jetzt da eben diskutiert haben, quasi, ob ich jetzt beliebige Geräte da anschließen kann, dann ist es ja auch eigentlich darum gegangen, quasi, wie, wer jetzt, in welchem Einflussbereich jetzt quasi eben diese Leitung liegt und da kann man es aus meiner Sicht eigentlich nur so sagen, das kann nicht beim Endkunden liegen, das heißt, auch wenn der sein eigenes Kastl anstecken will, muss trotzdem der Service Provider bis oder der Internet Provider als Service Provider dann bis in die Wohnung diese Verantwortung übernehmen und auch durchführen können. Also aus technischer Sicht ist für mich diese Sache relativ klar, wie das dann in der Regularik ausschaut, da sehe ich allerdings ziemliche Probleme, weil diese doch relativ schwierigen Sachen dann Juristinnen und Juristen beizubringen und was das bedeutet, dass da da sehe ich tatsächlich die Probleme, die jetzt mit der neuen Novelle auf uns zukommen, dass hier wahrscheinlich nicht genügend ich sage mal technischer Sachverstand, also Detailverstand, muss man sagen, da ist, um dann zu sagen, ja okay, wir schieben jetzt diese Verantwortung dort und dorthin. Die Lösung, das Ganze der Regulierungsbehörde zu übertragen, ist natürlich eine Möglichkeit, aber damit hat man das Problem sozusagen jemanden anderen hinüber geschoben. Dann müssen sie sich da entsprechende Gedanken darüber machen und da wäre es glaube ich ganz, ganz wesentlich, dass wir, deswegen ist es gut, dass wir jetzt drüber reden, da wäre es glaube ich ganz, ganz wichtig, dass wir schon vorab auf die Politik zugehen und auf den Gesetzgeber zugehen und sagen, bitte Vorsicht, da gibt es einige Sachen. Es gibt dann zwar noch die Möglichkeit, da zum Gesetz Stellung zu nehmen, aber das ist dann doch unter Umständen schon ein bisschen spät. Vielleicht ein kurzer Giesing. Da muss ich ganz kurz festhalten, wie gesagt, ich glaube, wenn man sowas macht, ich glaube, der Vorteil in der RTR ist schon, ich glaube, den technischen Sachverstand bringen wir mit. Also auch den juristischen Sachverstand, das ist sozusagen so noch über 20 Jahren in dem Bereich in der Übung. Ich glaube, die RTR hat ja schon durchaus bewiesen, dass sie bei solchen Sachen durchaus ein Beständnis hat. Ja, aber Sie machen eben nicht das Gesetz, das ist das Problem. Nein, im Gesetz steht nur drinnen, im Gesetz im § 49 steht drinnen, sozusagen den Netzabschluss festzulegen, gibt es eine Verordnungsermächtigung für die RTR und das soll sich darum kümmern. Die Ausstellung, die Spezifikationen und so weiter werden dann hier entsprechend zu machen, wobei man zuerst einmal überhaupt schauen müssen, es kann eine Verordnung machen und kann die in Abstimmung unterkommen ausdrehen. So wird es drinstehen. Das ist eine kann, das heißt, man muss es erst einmal anschauen und dann muss man mit allen entsprechend darüber sprechen. Also wie gesagt, das Gesetz ist, glaube ich, man wird sicherlich, wenn man so eine Verordnung macht, ganz breit diese Sache konsultieren müssen und eben auch die Experten von draußen reinholen müssen und dann Abwägung der verschiedenen technischen Fragen treffen müssen und dann kann man zum Entschluss kommen, erstens, ob man überhaupt sowas machen muss, ob das gescheit ist und zweitens, ob und wie das geschehen soll. Also das sind sozusagen dieser, dem sind ein kaskadierter Ansatz in dem Bereich. Das werden wir uns anschauen, wenn man das Gesetz entsprechend hat. Ich glaube, wie gesagt, das ist die zentrale Frage, die sowohl juristisch wie technisch, die nur gemeinsam geklärt werden kann, ist das, bis wohin ist die Verantwortung und wann übernimmt der Konsument. Wie gesagt, wenn der Konsument, da gilt natürlich die Sache, für das Update von einem Gerät, das der Anbieter nicht einmal kennt, dass der Anbieter schauen muss, dass das abgedatet ist, vielleicht irgendein in den USA oder in Deutschland, Niederlande, gekauftes Gerät, dass dort für das Update der nationale, ich sage jetzt hier die A1 oder wer auch immer, verantwortlich ist, dass dort das abgedatet eingespielt ist, obwohl die nicht einmal wissen, dass solche Geräte im Netz sind, das ist natürlich die Frage, natürlich muss ich sagen, inwieweit weiß der Betreiber, dass das Gerät im Netz ist, wie weit kann das gemacht werden und welche Verantwortungen übernehmen dann zum Beispiel Anbieter wie die AVM, dass sie sicherstellen, dass über den Netzbetreiber diese Updates gemacht werden, also wie gesagt, da muss man schauen, wer ist wo verantwortlich. Der Konsument, glaube ich ja auch Herr Stopp, schon vorher auch etwas sagen. Ich bin eh schon ruhig, aber wie gesagt, das ist nur die Fragen, die man sich dann da entsprechend stellen muss. Zwei Gedanken, ohne dass wir anfangen, uns im Kreis zu drehen. Also, zu mir in Giesig, was Sie gesagt haben, da gibt es nur eine Komponente, die da mitspielt und das ist der Hauseigentümer. Das heißt, ich kann nur Verantwortung für Dinge übernehmen, die mir gewährt werden und wenn ich in ein Wehrparteienhaus oder was auch immer rein will, dann muss man mich das lassen und ich nehme an, da wird auch die Regulierung, wer sonst immer noch mitspielt, nur bedingt Einfluss nehmen können, weil es ist mein Privatbesitz und was ich dort reinlasse, obliegt mir. Das andere, was ich anders sagen wollte, ist zu den Themen, für was nehme ich Verantwortung und für was nehme ich keine Verantwortung. Also, so wie ich es heute sehe, bin ich für unser Equipment verantwortlich. Das heißt, wenn ich mich als Betreiber grob fahrlässig verhalte und es gibt einen Sicherheitsvorfall, man hört, man sieht und hört das immer wieder in den Nachrichten, dann bin ich verantwortlich dafür und darum habe ich aus meiner Sicht das größte Eigeninteresse von allen sicherzustellen, dass mein Netz von allen Knotenpunkten sicher ist und das, also, was dann detailliert Verantwortung, weil ich sehe da in Chats sind einige Fragen garantiert, irgendwer hat zu mir mal gesagt, wenn ich eine Garantie will, dann muss ich mir Elektrofach mal gegen das kaufen, garantiert, garantierte Sicherheit ist schwer, aber das, was ich mit vollem Bewusstsein aus meiner Sicht sagen kann, ist, dass wir alles Menschenmögliche daran setzen, unser Netz sicher zu halten. Herr Kapper? Dankeschön. In dieses Horn stoße ich auch nochmal und sage aber nur dazu, wenn der, die sein eigenes Endgerät kauft und einsetzt, verantwortet und klarerweise beim Konsumenten, bei der Konsumentin, kann aber auch in Folge heißen, dass der Provider rein aus Netz Sicherheitsgründen, also Hausnummer, das Modem wird gehackt, ist plötzlich eine Plattform für weitere Angriffe vielleicht wieder im Providernet selbst, damit muss man rechnen, dass das dann abgeträgt wird. Man wird zwar den Kunden versuchen zu kontaktieren, aber Sonntag drei Uhr früh wird das Ding einfach mal vom Netz gehen und er kann sich dann gerne auf der Support Hotline melden und dann wird man das erklären, warum das geflaggt wurde, etc. Aber das ist halt auch Teil, dass der mündige Konsument dann schon sehr mündig sein muss und die Konsumente natürlich auch. Vielleicht, wenn Sie mir umgefragt, also auch bei uns ist für die Herstellerseite ist natürlich Sicherheit ein ganz großes Thema. In dem Fall hätten wir gemeinsame Kunden und wir tun als Hersteller alles dafür, um bekannte Sicherheitsprobleme auf unseren Produkten schnellstmöglich zu lösen. Wir kennen das natürlich, dass in den Heimnetzen zu Hause, da können Botnetze und was weiß ich sein. Glücklicherweise haben wir die Fälle vor allem an den PCs, also Computern, die zu Hause sind und das ist gängig, dass Netzbetreiber Briefe schreiben oder den Hahn zudrehen, wenn erkennbar ist, dass eben aus einem Netz heraus solcher böser Traffic daherkommt. Also das ist richtig, das ist auch dann, denke ich, angemessen, wenn Sie das von der Provider-Seite machen. Ich wollte nur sagen, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass wir hier im großen Stil bei Routern das haben. Wir haben es allerdings bei Windows-PCs, die sind sehr, sehr, sehr anfällig halt für solche Geschichten. Bei Routern haben wir etwas mehr Lernkurve. Ich will nicht sagen, dass wir ganz heilig waren in der Vergangenheit, aber die Lernkurve ist halt entschieden länger und deswegen sind wir da auch wesentlich strenger dabei. Vielleicht noch eins zur Frage der Verantwortlichkeit. Manchmal kann es ja auch für Juristen dienlich sein, Dinge einfach zu machen und insofern plädiere ich noch mal für eine einfache Definition der Grenze, der Schnittstelle, des Netzabschlusspunkts. Also wenn wir eine einfache Definition machen, wo das öffentliche Netz endet und wo das Private zu Hause beginnt, je einfacher das aufgesetzt ist, umso weniger Streit kann es halt hinterher geben. Und da plädiere ich natürlich ein bisschen dahin, dass wir eben letztlich den Anschlusspunkt an die Leitung, an die eigentliche Übertragungsleitung als Netzabschlusspunkt nehmen. So sieht es auch GEREG vor, also die Europäische Vereinigung der Regulierer. Die sehen das als Default, als Normal, als Regelfall an, von dem man nur unter sehr, sehr begründeten Ausnahmen und nach eingehendem Assessment eventuell abweichen kann. Aber der Regelfall wäre eben dieser Anschlusspunkt. Und das hilft sicher auch nochmal, um Verantwortlichkeit zu trennen. Klarer Fall, wenn die A1 als Beispiel nur sagt, ich gebe aus einer Hand den Dienst und das Endgerät alles zusammen, dann ist es klarerweise, denke ich, auch als Endkunde hat die Erwartung, dass über beides alles zusammen insgesamt funktioniert. Ich gebe unumwunden zu, es wäre für den Anwender etwas unklarer sozusagen, warum ruckelt meine Videokonferenz? Ist es jetzt der Router, den ich im Laden gekauft habe oder ist es eben der Netzbetreiber? Da sage ich, da haben wir als Endgerätehersteller sowieso einen strukturellen Nachteil, weil wir eben nicht aus einer Hand liefern können. Trotzdem plädieren wir dafür, diesen Grad an Freiheit für die Kunden zu liefern. Und das geht und jetzt meine letzte Wendung und dann bin ich wirklich still, das geht in Herrn Kapper. Ich denke, da stimmen wir stark überein. Gut wäre bei den öffentlichen Netzen, dass eben die Schnittstellenbeschreibungen dann auch öffentlich sind. Zugänglich dafür so, dass eben Service Provider, die also auf die Netze angewiesen sind, genauso wie die Netzbetreiber, genauso wie die Hersteller auf einer Grundlage so eine Diskussion führen können. Ich glaube, es gäbe nichts zu verbergen. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Geheimnisse wären. Es ist auch, wie gesagt, eigentlich 2000, also seit 1999 ist das in Europa eigentlich gefordert. Die jüngste Richtlinie dazu, die verbindlich gilt, die auch ist die 208-63 IG. Da steht es schlicht drin, dass das gemacht werden muss, also nicht kann, sondern muss. Und diese 208-63, das ist diese Endgeräte- Wettbewerbsrichtlinie. Und auf die wird ja auch in einem Kodex für Telekommunikation, die jetzt erst kürzlich in Europa sozusagen freigegeben worden ist und die gerade in Österreich umgesetzt wird, die wird da drauf Bezug genommen. Also diese Schnittstellenbeschreibungen sind nicht, oh ja, können wir machen. Europa will die haben, sozusagen die Öffentlichkeit soll Zugang haben zu diesen Schnittstellen. So, jetzt bin ich still. Dankeschön. Aber das ist ja auch, was Herr Steinmauer gesagt hat und auch bei Herrn Stopp nachgefragt hat, ob das mit den Schnittstellen ein Problem ist und dass das etwas ist, das aufgrund dieses Gesprächs ja auf jeden Fall mit einbezogen wird. Vielleicht nur eine kleine Sache noch an Herrn Tiedemann von Steinbrenner. Die GERIG-Empfehlung, die habe ich mitbeschlossen. Vielleicht beruhigt das Herrn Tiedemann. Nein, der Coach kam ja aus Österreich. Also von daher, wir wissen um Ihre Beiträge ganz klar. Sie haben schon ein technisches Verständnis, du raus. Das wollte ich damit auch unbenommen. Aber ich wollte es nochmal in meiner Lesart von meiner Seite aus. Es geht ja hier ein bisschen auch nochmal die Haltungen, die Positionen ein bisschen verdeutlichen und auch, dass wir ein bisschen Verständigung zumindest haben zwischen allen den Unterschieden, dient so eine Diskussion ja auch ein Stück weit dem Verständnis für die andere Sicht. So war es gemeint. Pardon. Ich habe jetzt noch einmal durchgesehen und die Fragen, muss ich sagen, haben wir eigentlich im Gespräch dann on the fly gleich mitgenommen. Eine Frage bezieht sich auf die Auto-Updates, also eine Frage bezieht sich auf die Updates. Wie wäre es mit Auto-Updates? Das ist eine Frage, die sich wohl an die Hersteller bezieht und in dem Fall an Herrn Tiedemann. und dazu noch Auto-Update mit driver-update heißt, dass einen in einem Zyklus bis zu 10% der ZDIs offline geht. Also der Herr Kapper hat da gleich einmal direkt geantwortet auch. Es gibt einfach so, das ist jetzt eine dramatische Zahl und die wird zum Glück nicht immer erreicht, aber es gibt so diese Erfahrungswerte, wenn man in seinem gesamten Netz die Endgeräte updatet und zwar so, dass da wirklich signifikante Änderungen speziell auf der DSL-Schnittstelle oder auf Doxis etc. Schnittstellen sind, dann kommt man nachher traurigerweise drauf, dass am nächsten Morgen viele, viele Kunden offline sind, weil doch irgendwas an den Parametern des Kabels der Gegenstelle am DSL-M etc. nicht ganz so funktioniert hat, aber vielleicht wird der Herr Stock mich gleich korrigieren in seinen Zahlen. Das ist so mein Schreckgespenst. Herr Stock? Mikro? Mikro, kann ich nichts dazu sagen momentan. Aber ich hätte noch eine Frage, die kann der Herr Tiedemann vielleicht aufbauen. Wenn jetzt sozusagen der Kunde selbst sein Endgerät dort angesteckt hat und man hat jetzt die Möglichkeit, dass dort ein Auto-Update gemacht wird, dann müsste doch, wenn man zuerst immer dieses Datenschutz-Thema reinbracht hat, dann sozusagen war es zwar nicht mehr der Betreiber, dass ich dieses Gerät habe, aber dann müsste ich mich registrieren beim AVM oder sonst irgendwo damit die das Update veranlassen können oder wie schaut das aus? Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen eine flöde Fragestellte. Naja, aber Herr Steinmauer, ich mache es Ihnen ganz einfach, die Antwort geht ganz einfach, greifen Sie mal in Ihre linke Innentasche von der Jacke, da steckt das Handy drin von Ihnen. Das ist ein iPhone oder ein Android-Telefon und wie läuft es denn da? Der Hersteller liefert eben die Software-Updates. Die Software-Updates gehen voll durchgreifend sozusagen von Modem für LTE und 5G über Voice-Schnittstelle. Was haben wir alles? UMTS haben wir noch wahrscheinlich ein bisschen Rest in den Netzen in Österreich. Sie haben wahrscheinlich noch GPS-Dienste, GSM-Dienste. Sie haben das ganze Roaming zwischen den Mobilfunkbetreibern in Österreich. Sie haben Datensprache, Sie haben inzwischen Voice-over-LTE, Voice-over-WLAN. Sie haben zig Services und trotzdem schafft der Hersteller in dem Fall, weiß ich nicht, Samsung oder Apple, die schaffen das, dass die Ihnen ein Software-Update geben, die wahrscheinlich dringend erforderlich ist für die Netze, damit das immer schön ins Azure läuft. Aber ich bin ja registriert bei denen. Ja, super, aber es funktioniert und das schafft, ich sage mal sogar, jetzt eher prototypischer Normalkunde, weil wir haben ja also wirklich millionenfach die Handys in ganz normalen Händen. Nein, nein, das schafft ich Ihnen ja bei Ihnen, Herr Diedemann. Das schafft Sie ja eh klar, aber Sie müssen mich dann kennen. Nein, muss ich nicht. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob der Apple Sie kennt. Persönlich. Ich muss Ihnen aber widersprechen, es funktioniert nicht. Schauen Sie Apple, nein, es fällt nur niemanden auf, aber schauen Sie Apple, beobachten Sie, es ist das nächste Mal, wenn Sie einen Major-Release-Update bei einem Apple machen, und zwar einen jährlichen Software-Sprung, dann werden Sie bemerken, dass es nicht alle Apps in der ersten Instanz schaffen, gleich wieder zu funktionieren. Bei Apple hat es wirklich wunderbar geschafft, es geht innerhalb von 24 Stunden geht alles wieder. Und deswegen fällt es keinem auf und es nimmt keiner hin, weil Sie das wirklich gut geschafft haben. Aber stellen Sie sich vor, das ist bei uns und bei uns geht einmal sechs Stunden das Internet nicht. Ich glaube schon, dass das jemandem auffallen würde. Ja, ja, natürlich, die Netzstörungen sind fatal, ganz klar. Aber ich sage mal, wir sind ja, also ich sage trotzdem, das Modell, das ging ja um das Modell, wie könnte das denn laufen? Beim Handy haben wir das und ich sage mal trotzdem, also in meinem Eindruck sind es nicht die Handys, die die Netze jetzt irgendwie zum Wanken bringen, das ist eher mal ein Stromausfall oder dass der Bagger irgendwo eine Glasfaserleitung wieder kaputt macht und deswegen habe ich irgendwo einen Netzausfall. Das ist zumindest in Deutschland eher, das ist das Netzproblem oder wir haben... Wenn Sie ein Netz haben, ne? Wenn Sie überhaupt, das ist in Deutschland ein großes Problem, also da haben Sie wirklich die Nase vorn, auf jeden Fall oder wir haben irgendwo einen DNS-Server, der wieder kaputt ist bei Vodafone im Netz. Also so, das sind die klassischen Dinge, dass die Endgeräte das auslösen, wäre mir nicht im großen Stil bekannt, aber ich lasse mich gerne überzeugen, dass das bei Ihnen anders ist. Für den Verbund der Endgerätehersteller sage ich immer allgemein, natürlich schauen wir im Vorfeld, dass wir mit unseren Kunden, auch Providerkunden im Vorfeld, diese ganzen Interoperabilitätstests versuchen abzulegen, durchzuführen und eben auch Release-Kandidaten für Software-Updates dort bereitstellen. Wir tun alles dazu, weil es ist ja in unserem ureigensten Interesse, sonst gehen wir unter. Wir sind Mittelständler, wir sind 800 Leute bei AVM, die anderen, da sind wir noch relativ groß, da gibt es andere Hersteller, die haben vielleicht 400, 500 Leute, die gehen unter, wenn die ein größeres Sicherheitsproblem hätten oder wenn die ein größeres Interoperabilitätsproblem haben. Wir leben von diesen Produkten, wir leben den ganzen Tag, um das zu machen und deswegen ist unser größtes Interesse, dass das hinterher gut funktioniert. Ich sage das mal für den Verbund. Nicht nur für den Verbund, ich glaube für jeden einzelnen Anbieter und Hersteller ist es, und auch für die RTR, die dann sonst im nächsten Schritt alle Beschwerden kriegt, immer vom größten Interesse, dass es bis zum Kunden funktioniert und dort durchkommt. Die Frage ist, und das war, glaube ich, auch heute die zentrale Frage, wie und worüber kommt es zum Kunden und das auf dem sichersten und besten Wege auch. Da waren sehr viele unterschiedliche Meinungen und Positionen dabei, aber auch vieles, dass der Herr Steinmauer sich auf die Liste schreiben darf an Punkten, die noch zu besprechen sind, die zu beachten sind. Wir sind jetzt tatsächlich mit der Zeit am äußersten Rand angekommen und haben, glaube ich, so ziemlich alles von Leitungen, Geräten, Verantwortlichkeiten und Zukunftsvisionen besprochen. Vor allem, dass Glasfaser jetzt wirklich einmal den Turbo bringen muss bei uns und wir sehr mobilfunkverwöhnten Kunden uns auch wieder ans Fest mit Internet gewöhnen dürfen, vor allem an Schnelle. Ich danke Ihnen allen. Ich würde sagen, wir sind zu einem guten Schlusspunkt gekommen. Gibt es noch etwas, was ich absolut vergessen habe zu erwähnen? Gibt es noch eine letzte Wortmeldung? Dann danke ich Ihnen. Ja, Herr Giesig? Ja, also ich wollte kurz vielleicht noch um das mit dem Begriff Routerfreiheit noch einmal abzuschließen. Ich glaube, wir waren uns alle relativ einig, Routerfreiheit ja, es kommt nur mehr auf gewisse kleine Details an. Ich möchte meinen Standpunkt noch einmal kurz zusammenfassen, Routerfreiheit auf einem Service Level in der Hinsicht, dass ich selber das Internet als Service durch mein eigenes Kastel entsprechend verwenden will. Ja, die soll es absolut geben. Bei den niedrigen technischen Details, da kann man gerne Abstriche machen. Also es ist nichts dagegen zu sagen, dass ich dann auf einem unteren Level noch einmal ein Kastel dazwischen habe, wo der Provider mir vorschreibt, das musst du haben, damit es technisch funktioniert. Aber auf einem oberen Level, auf einem High Level möchte ich einfach, weiß ich nicht, meine eigenen Services ins Internet bringen, die Services im Internet freier nutzen können, wie das jetzt eben auch schon geht, wenn man entsprechende Boxen anschließt. Und das wäre für mich eben quasi die Vorgabe, die man dem Gesetzgeber und auch der Regulierungsbehörde dann quasi weiterreichen muss und sagen muss, bitte schaut, dass das so funktioniert. Das wäre meine Schlusszusammenfassung. Ich glaube, on a high note, wie man so schön sagt, ein schöner Schlusspunkt. Ich danke auf jeden Fall allen Gesprächsteilnehmern, die sich trotz der tropischen Temperaturen hierzulande bereit erklärt haben, ihren Nachmittag mit uns zu verbringen. Vielen Dank auch nochmal an die Digital Society, die uns alle an diesem Fleck auch über mehrere Standorte zusammengebracht hat und wünsche noch einen wunderschönen Abend. Johann wiederholt. ? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.